Hallo, bevor diese Podcast-Folge losgeht, habe ich die Möglichkeit bekommen, mich einmal kurz vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Susan Jeschkun und ich bin vor allen Dingen bekannt als Autorin und Zeichnerin des Mangas Green Garden. Green Garden ist eine Fantasy-Dystopie-Geschichte, die momentan bei dem Hamburger Verlag Altraverse erscheint und in jedem Buchladen oder bei eurem Comic-Dealer des Vertrauens erhältlich ist. Außerdem habe ich einen Podcast zusammen mit meiner Verlagskollegin Rakami, der sich nennt Ikigai, der Mangaka-Podcast, in dem wir ein bisschen über das Mangaka-Dasein und all das Zeichnen und was auch immer sich damit beschäftigt befassen. Aber soviel erstmal zu meiner Person. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich mich hier kurz vorstellen durfte und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Ausgabe der Comic-Cookies. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Ausgabe der Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast. Für gute Laune, für Besprechungen von Comics und für andere Themen mit Comic-Bezug. Und es ist geschehen, wir hatten die Ausgabe 100 veröffentlicht und jetzt ist hier quasi die Folge danach und es fühlt sich an, wie als hätten wir das schon immer gemacht. Hallo, ich bin der Andi, einer von zwei. Moin sind Andi. Ja, servus Andi. Ich bin der andere Andi und wer das Spiel schon kennt, für den ist das nichts Neues und wer vielleicht uns über die große Gewinnspielaktion kennengelernt hat und jetzt mehr oder weniger das erste Mal zuhört, wir haben zwei Andis, einen aus Nürnberg, das bin ich, einen aus der Frankfurter Ecke, das ist der andere und auch aus der Frankfurter Ecke, wie alle außer mir, ist der Patrick heute wieder mit dabei. Servus Patrick. Hi. Ebenso nichts Neues und trotzdem mit dabei ist der vierte im Bunde, Moinsen Breedstorm. Ja, Mahlzeit, der Hightech-Breedstorm, würde ich mal sagen. Ja, ständig dieser Hassel hier, wir versuchen immer noch die optimale Lösung zu finden für diese Aufnahmen und machen dann immer irgendwas und im Endeffekt klingt es auch irgendwie nach einem Podcast, aber es ist die 100% perfekte Lösung, die haben wir noch nicht gefunden, dafür sind wir zu unterschiedlich aufgestellt mit der Technik. Ich freue mich trotzdem, dass wir uns heute wieder zusammengetrommelt haben, um hier über Dinge zu sprechen, aber ich denke, bevor wir jetzt auch auf die Comics zu sprechen kommen, die wir heute besprechen wollen, Gott, ganz schön oft dieses Wort Sprechen benutzt, dann sollten wir vielleicht nochmal kurze Revue passieren lassen, was denn eigentlich in Comic-Cookies 100 los gewesen ist. Eine riesengroße Ausgabe mit einem riesengroßen Gewinnspiel und enorm viel Feedback. Ich bin immer noch ganz geflasht und auf einer ganz emotionalen Ebene angetan. Petra, geht dir das auch so? Ja, ich habe bisher noch nie so viel Feedback auf einen Podcast von uns erlebt, also das war auch mal wieder eine neue Erfahrung, eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Viele Menschen haben uns geschrieben über genau diese Wege, die wir wollten, also die Social-Media-Plattform, teilweise sogar im Blog, auf YouTube und direkt auch via E-Mail und haben an unserem Gewinnspiel teilgenommen, haben auch gewonnen. An der Stelle auch nochmal Glückwunsch an Nina, an Sam und an Lisa, heißt glaube ich die dritte im Bunde, die hier im Rahmen einer anonymen Ziehung quasi gewonnen haben und total toll, herzlichen Glückwunsch dafür. In meines Wissens sind inzwischen auch bis auf einen Preis alle anderen Preise angekommen, sie wurden also quasi bombardiert mit Comics. Ich glaube Monster ist noch nicht angekommen, oder? Monster ist vielleicht noch nicht angenommen, genau, und auch noch was von einem Verlag, der offensichtlich auch noch nicht die Zeit hatte, alles abzuschicken, aber die anderen Sachen von Carlsen zum Beispiel sind alle schon da. Genau. Was ich auch besonders schön fand war, also zum einen, wir haben ja wirklich viele Teilnahmen so gehabt über die verschiedenen Social-Media-Kanäle und die Teilnehmerbedingung war ja hauptsächlich einfach nur kommentieren zum Beispiel unter Instagram-Posts oder unter Twitter, aber dass eben doch einige sich auch die Zeit genommen haben, wirklich echte Nachrichten zu schicken, gerade auch über E-Mail. Wir haben ja besonders eine auch richtig lange E-Mail bekommen mit sehr viel Lob für den Podcast seit den ersten Tagen so. Also da haben wir uns auf jeden Fall auch sehr gefreut, dass sich der eine oder andere oder die eine oder andere auch die Zeit genommen hat und auch das Bedürfnis hatte offensichtlich, uns da ein bisschen auch Lob und Feedback mitzugeben. Vielen Dank dafür. Besonders gut kam an, dass wir halt auch mal Dinge besprechen abseits des Tellerrands oder über den Tellerrand hinaus schauen, dass wir uns eben nicht auf ein Thema versteifen, beispielsweise jetzt nur Superhelden zum Beispiel, sondern eben da querbeet einsteigen und dass wir vor allem auch relativ heterogen sind wir vier, also unterschiedlichste Geschmäcker mitbringen in unsere Besprechung und auch in die Dinge, die wir lesen. Und ich habe so ein bisschen die Ahnung, dass auch das heute wieder der Fall sein könnte. Und ich freue mich auch immer sehr auf so unsere Runden hier. Das ist für mich eines der großen Podcast-Highlights im Monat, wenn wir uns vier zusammensetzen und dann über Comics reden. Denn, das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal besprochen, ich kann das im Alltag gar nicht so oft machen. Das geht mir leider auch so. Ich kenne sehr wenige Menschen, mit denen ich wirklich über Comics reden kann und das kommt dann nicht so häufig vor. Bei mir ist auch noch der Marvel-Cast eins der Highlights, wo ich mich auch super austauschen kann. Aber auch hier wurde auch positiv angemerkt, dass wir uns immer wieder auch an Mangas versuchen. Also gerade, dass du da auch deinen Exkurs aufnimmst, das scheint auch gut anzukommen, dass du dich da immer wieder ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Ebenso gut ankam auch, glaube ich, die Geschichte mit unserer Telegram-Gruppe und unserer Signal-Gruppe. Das ist also eine Chatgruppe auf eurem Smartphone, wenn ihr das so wollt. Dort kann man sich sehr ausgiebig, sehr, 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 sehr ausgiebig über Comics unterhalten. Und trotzdem hat es immer noch, es geht immer um ein Thema, das häufig dann eben auch von den Leuten in der Gruppe dann da angestoßen wird. Und insgesamt muss ich sagen, auch wenn es mal quasi Auseinandersetzungen gab, aber ich persönlich empfand diese Auseinandersetzung eher so als fachlich und gar nicht so als persönlich und bin deswegen inhaltlich mit den Gruppen im Regelfall sehr zufrieden. Zuletzt ging es um die Frage von Neuübersetzung von Comics und Anpassung vom Taschenbuch, glaube ich, war es gewesen, vom Lustigen Taschenbuch. Das war von der, nee, von der Kyle Barks Version des Lustigen Taschenbuchs. Naja, die Enten sag ich doch. Genau. Und also inhaltlich fand ich die wirklich sehr ausgiebigen Gespräche dazu wirklich sehr gut. Und daran nimmt dann zum Beispiel auch der Steffen Teil, der Gründer der Comic-Cookies. Auch der lässt sich dann die Butter nicht vom Brot nehmen und argumentiert sehr interessant in seinen Richtungen. Und dann gibt es eben viele weitere, die dann daran teilnehmen. Also an der Stelle wirklich nochmal ganz klar der Hinweis, checkt mal die Shownotes, da gibt es die Links zu Signal und zu Telegram. Und auch da werde ich, und ich habe das jetzt schon länger fertig, noch nicht geschafft, das erste von mindestens zwei Social-Media-Specials posten. Dort wird es also, genau wie zum Beispiel auch auf YouTube und über unsere Social-Media-Kanäle, ein großes Zapp-Special geben. Das ist quasi die lange Version des Einspielers aus der 100, hier nochmal auf eine halbe Stunde erweitert. Also da freut euch auf jede Menge geilen Scheiß. Jo, das so zu den Hausaufgaben und zu den Sachen, die wir vielleicht noch ansprechen sollten. Oder habe ich was vergessen? Ich denke nicht. Nee, durch diese großen Diskussionen, die gestartet werden, kommen auch viele der alten, vermissten Original-Cookies dann auch immer wieder in die Gruppen und melden sich da. Also nicht nur der Steffen, auch der Leger-Legende und so. Die steigen da auch immer wieder gerne ein. Oder auch Bekannte aus anderen Podcasts, zum Beispiel der Andreas Wolf vom Paucast. Genau. Da mal liebe Grüße an der Stelle. Dann lass doch hier mal rumgehen in unsere heutigen Comic-Vorstellungen. Lieber Breedstorm, wie sieht es bei dir aus? Was hast du heute mitgebracht? Ja, wer hätte es über erwartet? Ich habe mal wieder Spirou gelesen. Kommt ja auch immer ganz gut an. Und zwar habe ich Spirou oder die Hoffnung, Teil 1 und 2. Weil das ist quasi eine Story. Und dann habe ich noch von Reprodukt Zusammenbruch von Pascal Rabaté. Andi, wie sieht es bei dir aus? Ich habe einen Manga mit dabei und zwar Search and Destroy von Azushi Kaneko. Und dann habe ich noch den amerikanischen Comic Adventure Man dabei. Und Patrick, was hast du? Ich habe ein Rezensionsexemplar von Dantes Verlag. Nur wieder das Ende der Welt von Neil Gaiman. Und weil das Thema schon so gut im HP Lovecraft Kosmos verankert ist, dachte ich, dann packe ich auch wieder einen Lovecraft Manga raus. Der Schatten der Zeit. Das Geheimnis um die große Rasse der Eve. Whatever. Ich bin sehr gespannt. Wann nicht spannend. Dankeschön. Und ich habe auch ganz viel gelesen. Zum einen werde ich weiter auf dem Trip der Power Rangers bleiben. Ich habe in der Summe 10 Trades der aktuellen Power Ranger Serien gelesen. Und wir kommen zu sprechen auf Lehrjahre von Guidi Lyle erschienen beim Reprodukt Verlag. Bam. Yo, Breedstorm. Vielleicht magst du gleich mal anfangen. Gib uns bitte deine erste Rezensierung. Wie gesagt, in letzter Zeit habe ich ja wieder ein bisschen mehr Spiro gelesen. Und wer mich da zweifellos auch mit zugebracht hat, ist Emil Bravo, der seinerzeit mit seinem Porträt eines Helden als junger Thor was gemacht hat, was zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so vertreten war in der Comicszene. Nämlich, dass Fanny sich mischt mit Geschichten aus dem Nationalsozialismus. Also, wir haben das natürlich bei Maus gesehen, wo das alles ein bisschen funny gezeichnet ist. Aber dass eine Serie wie Spirou plötzlich dieses sehr ernste Thema anerkennt, das war vorher noch nicht so wirklich der Fall. Klar, es gab mit Pretzelburg und so weiter, QR-Inruf, Pretzelburg ging es schon so ein bisschen in die Richtung. Aber so deutlich, wie das da war, nämlich, dass wir gesehen haben, was passiert, als die deutsche Wehrmacht Belgien überfallen hat, die eigentlich neutral waren, ebenso wie die Niederlande. Das hat man vorher noch nicht so wirklich gesehen. Und ja, die große Frage war damals schon, kann man dieses ernste Thema verbinden mit Fanny-Zeichnungen? Weil, gerade in der regulären Spirou-Serie sind ja sehr oft auch, ja, einfach so Verfolgungsjagden und Action-Szenen und sehr viel Humor. Und wie würde man dieses erste Thema, ernste Thema hier reinbringen? Aber das haben sie da sehr gut geschafft. Und demzufolge war es nur konsequent, auch den Nachfolger zu lesen. Also die Hoffnung, Teil 1 und 2 sind zwei Alben, die eine durchgehende Story behandeln. Und die Sache ist eben, dass es eben genau nicht so ist, wie zum Beispiel in den letzten Bänden, die in den 2000ern erschienen sind, Spirou in Tokio und so weiter, wo es einfach viel Action, viel Spaß und Spannung gab. Das ist hier nicht der Fall, sondern Emil Bravo hat sich in diesem Band deutlich den Erlebnissen der normalen Bürger während der deutschen Besetzung im Zweiten Weltkrieg zugewidmet. Und ja, Spirou ist, wer hätte es gedacht, ist ein Page, aber Phantasio ist zum Beispiel zur belgischen Armee eingezogen worden. Und Spirou und Phantasio sind natürlich alles andere begeistert, dass jetzt aktuell Wehrmachtstruppen durch Brüssel patrouillieren und versuchen, sich so ein, ja, nicht direkt im Widerstand. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einen bewaffneten Widerstand gründen und Wehrmachtskasernen angreifen oder sowas, weil man merkt schnell, dass die, ja, die, 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 die Waffenüberlegenheit sehr hoch ist. Und was mir sehr gut gefallen hat an dem Band, ist, dass da wenig beschönigt wird. Also natürlich, ganz klar, die, die deutsche Besatzung bekommt da einiges ab. Auch die, die deutschen Soldaten werden zum Beispiel damals, werden nicht mit, mit ihren Gesichtern gezeigt. Also du siehst immer nur marschierende Stiefel, wie zum Beispiel auf dem Cover oder du siehst abgedunkelte Gesichter, die halt unterm Stahlhelm sind. Aber tatsächlich, die deutschen Soldaten siehst du nie mit, mit dem Gesicht, was ich, ja, im Funny natürlich, äh, auch seltsam darstellen lassen würde. Also wir, wir haben ja ein Beispiel aus Italien, nämlich die Sturmtruppen, äh, da sieht man das, wie das Ganze im Funny-Ton aussieht. Aber bei den doch ernsten Themen, die hier behandelt werden, ist das, ist das einfach wahrscheinlich so nicht möglich gewesen. Die Themen, die angesprochen werden, sind wahrscheinlich auch nicht immer, ja, sehr freundlich für die, für die Belgier, weil es wird auch ganz deutlich auf Kollaborateure zum Beispiel eingegangen, was, ja, gerade jetzt, äh, uns, die jetzt, äh, mit jahrelangen Geschichtsunterricht über, über den Zweiten Weltkrieg, äh, äh, erfahren sind, jetzt, also mir zumindest kam das jetzt nicht besonders bekannt vor. Also da, in unserem Geschichtsunterricht wird relativ oft auf die, auf die deutsche Rolle eingegangen, aber wie sich die anderen Länder da so verhalten haben und dass, dass es da natürlich auch jede Menge Kollaborateure gab, das, äh, wird selten angesprochen und das hat er in diesem Fall gemacht. Zum Beispiel leitet Spiru eine Pfadfindergruppe, eine katholische und, äh, es gab zu der Zeit, oder schon seit den 20er Jahren gab es ja viele Jugendorganisationen in Deutschland, die Wandervögel, die alle sehr unterschiedliche Ausrichtungen hatten. Manche waren politisch, manche ging es halt wirklich ums Wandern und ums Singen und Romantik zelebrieren und solche Sachen. Aber hier geht es ganz klar um, dass er verschiedene Pfadfindergruppen oder Jugendorganisationen gegeneinander stellt, weil er hat also seine Pfadfindergruppe und er hat da unterschiedliche Leute drin, da ist zum Beispiel auch ein jüdischer Junge drin, aber es gibt natürlich noch andere Pfadfindergruppen, zum Beispiel gibt es die Rexisten, die Rexisten, das waren die Anhänger des Königs und zwar von der Seite der Wallonen. Belgien an sich war ja damals und ist teilweise natürlich auch heute noch ein gespaltenes Land zwischen dem Flan und Wallonen und die Wallonen sind eher die, die eher in Richtung Frankreich orientiert sind und die Flamen, das ist eher in Richtung Holland, deutschlandorientierte Bevölkerungsgruppe. Sehr oft auch optisch, so haben die Flamen dann ihre eigene Jugendorganisation gegründet, weil irgendwie Hitler hätte ja gesagt, oh ihr seid übrigens die Blonden und die Blauäugigen, die haben so frisische Einschläge offensichtlich und da hat man einfach seine eigene Jugendorganisation gegründet und die rexistische Jugend wiederum war die Jugendorganisation von den Wallonen, weil die französisch sprechende Bevölkerung Belgiens, die hatte gesagt, oh es ist jetzt schwierig für uns, wir wollen uns auch nicht abhängen lassen, wenn jetzt die Deutschen hier alles besetzen und das alles hier machen, deswegen gründen wir unsere eigene Organisation und die haben auch, also im Prinzip haben beide mit der deutschen Besatzung kollaboriert und darauf geht der Band zum Beispiel sehr deutlich ein. Ein anderes interessantes Phänomen, was mir jetzt aus dem Geschichtsunterricht jetzt auch nicht so bekannt war, also natürlich wird nicht jede einzelne Schlacht vermittelt, aber wir wissen natürlich, dass der sogenannte Westfeldzug oder der Fall Gelb, wie man es damals bezeichnet hat, relativ schnell ging und wie gesagt, das Deutsche Reich hat sich eigentlich nicht dafür interessiert, was da so vor Frankreich noch an kleinen Ländern rumlag und die waren ja alle neutral, aber wenn man schon mal da war, hat man das halt einfach auch erobert. In Brüssel ist das natürlich auf eine ganz ungewöhnliche Art passiert, nämlich hat man in Brüssel ein Fonds gehabt, um die Stadt zu verteidigen, also noch ganz aus alten Zeiten, man kennt es zum Beispiel auch noch aus Luxemburg, die Festung oder sowas ähnliches gab es auch in Brüssel und die war bestückt mit diversen Soldaten und bevor das Land überfallen wurde, hat man sich das sehr genau angeguckt und man hat gesehen, dass in dieser Festung auf dem Fußballplatz Fußball gespielt wurde. Dadurch konnte die Wehrmachtsführung deutlich erkennen, dass dieses Fußballfeld nicht vermint ist. Was hat man also gemacht? Man startete in Deutschland mit diversen Lastenseglern, also quasi Segelflieger, mit diversen Soldaten drin und landete des Nachts einfach auf diesen Fußballplatz und hat so diese Festung erobert. Und exakt diese Szene ist auch in dem Band drin und man sieht Fantasio, wie er dann aus dieser Festung flieht. Und das sind so Dinge, die erwarte ich mir vom modernen Comic, auch wenn es ein Funny ist, dass er mir Dinge übermittelt, die ich noch nicht weiß. Oder dass er mich auch dazu bringt, zu recherchieren. Das ist zum Beispiel was, was natürlich situativ bei Asterix sehr selten der Fall ist, zum Beispiel. Also ich hatte ja gerade jetzt den letzten Asterix gelesen und der ist okay, aber er bringt mich jetzt nicht zum Nachdenken oder irgendwas noch zu recherchieren, auf Wikipedia zu gucken, vielleicht mir noch das ein oder andere YouTube-Video zu dem Thema anzugucken. Und bei Spiro schaffen sie es immer wieder, speziell mit diesem Emil Bravo-Comic, haben sie das auf ganz verschiedenen Arten und Weisen, haben sie das geschafft, mich wieder dazu zu bringen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das, finde ich, ist schon eine große Leistung. Bei Lucky Luke fängt man ja auch so ein bisschen an. Wir hatten es ja im letzten Band mit den Südstaaten und mit dem Cowboy, mit dem schwarzen Cowboy, der erwähnt wurde. Der wird im Anhang kurz erwähnt. Aber bei Spiro machen sie das natürlich schon seit Jahren immer wesentlich intensiver. Da ist mindestens immer zwei Seiten, sehr detaillierter Anhang. Und das ist einfach was, so macht es richtig Spaß mit dem Comiclesen. Exakt dafür lese ich Comics, dass ich gut unterhalten werde, aber dass ich vielleicht noch irgendwas Neues dazu bekomme im historischen Kontext, wie das hier gemacht wird. Und das hat Emil Bravo hier ausgezeichnet gelöst. Also man kann wirklich diese drei Bände sind es ja bislang, die zu diesem Thema erschienen sind. Wunderbar weglesen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch super. Ich glaube, 14 Euro für über 90 Seiten. Die kann man wirklich sehr gut weglesen. Interessant wird es natürlich im nächsten Band, der erscheinen wird. Weil die ganze Zeit habe ich so gedacht, naja, okay, er hält sich doch viel mit alltäglichen Sachen auf, was zweifellos auch der Fall ist. Aber im ersten Band hat Spiro Kontakt oder hat Spiro so eine Art Freundin bekommen und die ist Jüdin. Und im Laufe des Bandes findet er jetzt heraus, dass diese in einem kleinen polnischen Ort namens Auschwitz irgendwie sein soll. Und er versucht, da jetzt hinzukommen. Das wird der nächste Band sein. Und das wird jetzt natürlich wieder eine ganz andere Dimension. Also es ist einfacher jetzt, die normalen Besatzungsalltag in Brüssel zu zeigen. Aber wie wird das jetzt dargestellt werden, wenn das jetzt in Richtung KZ geht? Also da bin ich mehr als gespannt. Und ja, also ich hoffe, dass der Abschlussband dann quasi zu dieser Reihe dann bald rauskommt. Wäre das was für euch? Tatsächlich sogar finde ich das per se nicht schlecht. So in kleinen, aber feinen Dosen würde mich das wirklich interessieren. Jetzt sagst du, es gibt drei davon. Und die scheinen mir auch, so wie du es jetzt gesagt hattest, mit dem nächsten Band, der wohl Richtung KZ geht, auch thematisch oder zumindest storytechnisch relativ abgetrennt zu sein voneinander. Es hängt nur thematisch zusammen, aber es sind für sich lesbare Geschichten. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, die kann man einfach alle, also diesen zwei Teil, den letzten, sollte man schon zusammen lesen. Aber den ersten, den kann man auch so für sich abgeschlossen lesen. Das funktioniert auch. Es werden, wie gesagt, sehr, sehr viele Aspekte dargestellt. Und wie gesagt, in diesem Band ist Spiro nicht der Held, der im Panzer kapert und durch Brüssel damit fährt, sondern sie versuchen so eine Art Puppentheater auch noch aufzubauen. Und mit diesem Puppentheater schaffen sie es aber auch vom Land Essen zu schmuggeln. Und das ist auch eine Sache, die auf wahren Begebenheiten, die sich während der Besatzung zugetragen haben, basiert. Also ich finde es extrem spannend, ich mag ja die Figur auch sehr gerne, Spirou. Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt zwei Bände gelesen und es gibt drei, also der dritte kommt aber erst noch raus, oder? Oder ist der schon noch? Nein, also es gab den ersten mit dem, wie heißt er, Bildnis eines Helden als junger Thor. Ja. Und diese beiden, die ich jetzt gelesen habe, das war die Hoffnung Teil 1 und Teil 2. Das heißt, es sind drei erschienen und in dem vierten, und ich weiß nicht, ob er da noch weitermacht, würde es dann weitergehen, weil Spirou sich dann in Richtung Polen aufmacht, um seine Freundin zu retten. Ich meinte jetzt tatsächlich diese Oder-die-Hoffnung-Reihe, das scheint ja eine Reihe zu sein, von der es jetzt zwei Teile gibt und ein dritter kommt. Und der erste Band hat ja noch nicht diesen Oder-die-Hoffnung. Aber hey, der erste Band, der junge Thor, ist trotzdem, das ist der gleiche Spirou quasi. Das ist die gleiche Zeitlinie über diese Bände hinweg? Okay. Genau. Ich verstehe. Ja, also ich mag die Art der Gestaltung sehr gerne, auch die Farbgebung in den Bänden. Also gelesen habe ich sie ja noch nicht, aber reingeschaut und den jungen Thor habe ich auch da. Ich muss ihn nur endlich mal lesen. Ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, diese Figur, die ja über Jahrzehnte bekannt und beliebt ist, dann in so ein historisches Setting zu setzen und mal da quasi so dieses Gedankenspiel zu machen. Diese Figur, die wir aus diesen Abenteuergeschichten kennen, wie hätte die ihre Zeit denn tatsächlich erlebt, wenn sie eben in echten Historie gelebt hätte. Patrick, ist das was für dich? Klar, ich finde bei Spirou gerade interessant, wie es Andi jetzt schon gesagt hat, dass die es da schaffen, auch noch über Jahrzehnte immer wieder neue Impulse hinzuzufügen. Das ist auch durch die anderen Autorenteams, die die ranlassen. Also da ist der Wandel immer schon Thema gewesen. So schaffen sie es, den frisch zu halten, im Gegensatz zu Asterix, wo ein mittelmäßiger oder nur guter Band schon wieder ein Fortschritt ist und man trotzdem irgendwie hofft, ach, hoffentlich geht es mal wieder so einen alten Band so Richtung Trabantenstadt. Hier bringen sie halt auch noch geschichtlichen Kontext rein, wo ich sage, okay, das ist dann auch tatsächlich so Stoff, den könnte man vielleicht im Unterricht dann damit besser und leichter aufbereiten. Und offensichtlich ist Spirou damit so eine der franko-belgischen Figuren, die am wandelbarsten ist, würde ich sagen. Also ich hätte schon Bock, ich habe auch Spirou bei den Sowjets dann nach der Empfehlung gelesen, wie viele anscheinend danach. Das ist natürlich im Vergleich zu Asterix wieder so die Sache, dass wir bei Spirou ja quasi die Hauptserie haben, die natürlich auch durch die verschiedenen Teams über die Jahre einen Wandel erfahren hat, wie Patrick es auch gerade schon beschrieben hat, dass diese Emil Bravo-Reihe jetzt natürlich eben losgelöst von der Hauptreihe ist und dahingehend ganz andere Sachen macht. Und das ist etwas, was bei Asterix bisher so natürlich noch nicht passiert ist und dass Asterix über die Jahre hinweg eben nicht von so vielen wechselnden Menschen oder Teams auch schon gemacht wurde. Und der Breedstorm und ich haben ja neulich schon mal so eine kurze Folge, so einen Techniktest aufgenommen. Das ist eine dieser Sachen, die wahrscheinlich über die Social Media Kanäle demnächst mal veröffentlicht wird, so ein Comic-Krümel. Und da haben wir auch über Spirou gesprochen und der Breedstorm hatte eben auch seine Sicht der verschiedenen Teams über die Jahre an der Hauptreue auch besprochen und so die, welche da vielleicht besser waren und welche da schlechter waren. Aber Asterix hat das eben nicht. Also Asterix hat halt wirklich nur so dieses sehr, sehr geringe Anzahl an Menschen, die bisher an dieser Reihe gearbeitet haben. Vor allem hält Asterix stur an diesen einen Stil fest. Das muss immer so diesen Goskini- und Üderso-Look haben. Da gibt es keine großen Variablen bei Spirou. Da gehst du auch mal durch diese Bonus-Reihe und da merkst du, hier lässt man deutlich mehr die Leute experimentieren und auch ihren eigenen Stempel aufdrücken. Ja, und auch schon in der Hauptreihe, finde ich, erkennst du halt trotzdem, wenn du eine Seite anschaust, erkennst du wirklich, wer das gerade gezeichnet hat. Und bei Asterix erkennt man das vielleicht auch, aber man ist trotzdem eher bemüht, dem klassischen Stil da näher zu bleiben, auch in der Gestaltung der Figur. Sehr gut. Das zum ersten Teil dieser Reihe, beziehungsweise den ersten Teil in dieser Reihe. Ich danke dir vielmals, Bridge Song. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Okay, dann stelle ich hier das Rezensionsexemplar vor. Nur wieder das Ende der Welt. Von Neil Gaiman, von P. Craig Russell gezeichnet. Das ist der dritte Band jetzt aus der Neil Gaiman-Bibliothek, die der Dantes Verlag in letzter Zeit betreut. Und da geht es um einen Wehrwurz namens Lawrence Talbot. Und der lebt gerade so in dem Städtchen Innsmiff. Und der hat gerade so seine monatliche Verwandlung hinter sich. Also, er ist richtig schön verkatert. Kotzt erst mal so ein paar Finger aus. Und verliert einiges an Fell beim Duschen. Und dann kriegt er nach und nach immer wieder Besuche von seltsamen Menschen, die sagen, ja, das Ende der Welt steht bevor. Und er hat eigentlich so gar keinen Bock. Aber er wird dann immer wieder da reingedrängt, sich damit zu befassen. Also, er wird quasi in die Apokalypse hineingezogen. Ich mochte die Art, wie das angegangen wird. Also, da merkt man schon so einen richtig trockenen britischen Humor. Das könnte auch quasi Simon Peck sein. Oder einer der Monty Pythons, die da einen Wehrwurz spielen. Und Innsmiff ist halt auch für Lovecraft-Veteranen eine sehr, sehr bekannte Stadt. Wer da mal sich ein bisschen genauer befassen will, der wartet entweder von guter Narbe die Manga-Version ab oder schaut den recht guten Film Dagon. Das ist quasi so einer dieser Filme, wo dann so ein Fischvolk sich mit Menschen paart und einen Gott namens Dagon verehrt. und versucht, da was hochzubeschwören, nur mal so grob umrissen. Weil ich finde, dieser Band macht deutlich mehr Spaß, wenn man diesen Schatten über Innsmiff kennt. Dadurch, dass da auch viel Bezug genommen wird oder immer wieder angespielt wird mit den Tentakelwesen und allem. Ist das vielleicht so eine kleine, etwas speziellere Nummer? Also, der Spaßfaktor erhöht sich, wenn man diese Story kennt. Wenn nicht, ist es halt so eine kleine britische Story, die auch Spaß macht. Und es gibt hier halt immer wieder Details, die auch den guten HP Lovecraft dann immer so richtig schön aufs Korn nehmen. diese ganzen Hexen und diese ganzen okkulten Menschen, die sich hier mit ihm befassen. Und überall natürlich glitschige Tentakel. Und er als Werwolf muss sich damit auseinandersetzen, obwohl er so gar keinen Bock hat. Ich fand das sehr lustig. Ich würde aber auch sagen, wie es der Werwolf auf der Rückseite andeutet, das ist schon fast ein bisschen gehobenerer Horror, den man auch zu schätzen wissen muss. Definier das mal. Was daran ist denn das Gehobene? Also, bis auf diese ausgekotzten Finger am Anfang ist es auch ein bisschen blutarm. Und es ist natürlich so ein bisschen dieser britische Style, also auch von den Dialogen her. Und die Leute wirken auch so ein bisschen splinig, so ein bisschen strange. Man darf da jetzt keine großartige Zerstörungsorgie erwarten, auch wenn da steht, nur wieder das Ende der Welt. Der Weltuntergang kommt da recht klein daher. Sagen wir es mal so. Hattest du schon was zum Artwork gesagt? Wie gefällt dir das? Das Artwork von P. Craig Russell, das fand ich auch recht stimmig gemacht. Irgendwo zwischen cartoonig und richtig schön dreckig. Ich muss da mal kurz dazwischen gehen. Ich muss eine Korrektur von dem. Aber P. Craig Russell hat den Comic nicht gezeichnet. P. Craig Russell hat den Comic adaptiert. Das ist eine Kurzgeschichte von Neil Gaiman. P. Craig Russell hat das Skript quasi adaptiert, den Comicskript. Und gezeichnet ist er von Troy Nixie. Und Troy Nixie hat da einen ganz anderen Stil als P. Craig Russell. Also P. Craig Russell hat einen sehr filigranen, märchenhaften Stil. Nicht, dass jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen vielleicht einen falschen Eindruck kriegen. Und Troy Nixie. Also der Comic ist ursprünglich auch in Schwarz-Weiß erschienen bei Oni Press damals. Und er hat einen sehr, ja, einen etwas dickeren Strich. Ein bisschen verkrumpelt, deformiert. Und jetzt mittlerweile gibt es eben auch eine kolorierte Ausgabe. Das ist die, die jetzt eben auch bei Dantes erschienen ist. Ja, aber dieses Verkrumpelte, das sieht man hier halt auch. Also nicht nur durch die Verwandlungen, sondern auch bei den Monstern oder bei diesen schrägen Gestalten. Die sind alle wirklich so eine Spur verkrumpelt. Man kennt die nicht, aber man sieht denen an, dass die so eine leicht düstere Vergangenheit haben oder dass die schon ziemlich durchlebt sind. Also ich mag den Stil von Troy Nixie auch sehr gerne. Ich glaube, das war auch der Comic, wo ich das erste Mal was von ihm gesehen habe damals. Ich habe die halt damals auch gekauft, weil es halt in New Game & Game irgendwie drauf stand, wie ich alles so in der Zeit gekauft habe, wo in New Game & Game drauf stand. Und ja, Troy Nixie ist auch so ein, der hat auch mal einen Horrorfilm auch gemacht. Das Remake von Don't Be Afraid of the Dark, das von Guillermo del Toro produziert und ich glaube mitgeschrieben war. Da hat Troy Nixie auch Regie geführt. Hatte da nicht so gute Erfahrungen, deswegen hat er auch nie wieder einen Film gemacht. Aber ja, ist ein ganz interessanter Typ. Ich habe den vor ein paar Jahren mal für einen anderen Podcast auch interviewen können, ein Gespräch mit dem führen können. Und seine Figuren sind alle immer so ein bisschen deformiert. Er hat so einen Independent-Schwarz-Weiß-Stil und bringt eben mittlerweile auch seine Comics raus, die er eben selber schreibt hauptsächlich, die alle auch so ein bisschen krude sind, so ein bisschen weird sind. Und ist ein ganz guter Typ. Also da kommt, glaube ich, jetzt bei Only the End of the World Again kommt das ganz gut zusammen, dass man so die Kurzgeschichte von Neil Gaiman, der ein hervorragender Autor ist, dann die Adaption von P. Craig Russell, der hat verschiedene Gaiman-Adaptionen auch schon gemacht hat. Also zum einen mit Gaiman selber zusammengearbeitet hat als Zeichner für Geschichten, die Gaiman geschrieben hat, dann aber auch eben tatsächlich mehrere Gaiman-Kurzgeschichten adaptiert hat in den Comic, die er dann teilweise auch selber gezeichnet hat oder jetzt wie in diesem Fall eben nicht selber gezeichnet hat. Aber es ist ein ganz interessanter Mix mit Troy Nixie, der so diesen Schwarz-Weiß-Independence-Stil da eben eigentlich reingebracht hat. Aber wie gesagt, jetzt eben koloriert. Und das ist ja eine ganz interessante Mischung. Vielleicht kam es auch deswegen kurz zu diesem Missverständnis, weil ich P. Craig Russell jetzt schon deutlich öfter auf Neil Gaiman gesehen habe. Ja, ja, klar. Und davon ausgegangen bin. Diesen Don't Be Afraid of the Dark, den fand ich klein und nett. Also ich kann verstehen, wenn er da schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber schlecht fand ich den Film deswegen dann trotzdem nicht. Ich mochte den Film auch. Viele mochten den nicht. Ich mochte den ganz gerne. Ja, ich glaube, wie so häufig, wenn man halt irgendwie mit Produzenten und Co. bei einer Filmproduktion zu tun hat, wo man im Comic freier ist und bei einer Filmproduktion dann mehr seiner kreativen Vision vielleicht auch aufgeben muss aus Gründen. Und weil andere Menschen da halt mehr zu sagen haben, als man selber so als Regie der Betant, da war ich halt nicht so zufrieden damit, mit dieser Erfahrung. Aber gut, das tut hier ja eigentlich auch nicht so viel zur Sache. Ja, aber bei einem Film fließt halt auch deutlich mehr Geld. Da sind deutlich mehr Studiobosse, die da reingrätschen als bei einem Comic, wo der Verlag immer wieder mal kurze Anmerkungen macht. Aber gerade im Medium-Comic habe ich das Gefühl, dass man sich künstlerisch dann doch deutlich mehr austoben kann. Weswegen wir auch recht gerne Comics lesen. Ja. Ich finde das Artwork sehr interessant. Das ist eine sehr flächige Kodo auch, soweit ich es hier sehen kann. Ja, würde ich mal einen Blick riskieren, wenn es vor mir liegt. Wie gesagt, das kann ich dir auch gerne mal leihen. Wenn es irgendwann soweit ist mit dem Stapel von 100 anderen Comics, die wir uns noch gegenseitig leihen wollen, genau. Und Black Hammer. Die Dinger. Ja. Ja, ja. Yo, Andi, wie sieht es bei dir aus? Machen wir mal weiter mit schwarz-weißen Comics. Ich habe einen Manga mitgebracht, Search and Destroy. Das ist erschienen bei Carlsen Manga. Sind bisher zwei Bände erschienen. Der dritte ist angekündigt für Ende August. Und das ist dann auch der abschließende Band. Es ist der erste Band 2020 erschienen. Der zweite Band jetzt 2021 im Original in Japan. Es ist die Reihe erschienen von 2018 bis 2020. Es ist getextet, gezeichnet von Asushi Kaneko. Und in diesem Fall tatsächlich auch nur von Asushi Kaneko. Also er arbeitet nicht mit Assistenten, sondern es ist ein Mensch, der den ganzen Manga gemacht hat. Die deutsche Übersetzung ist von Gandalf Bartholomais. Und was ich auch ganz spannend und auch gut fand, das ist tatsächlich eine Übersetzung aus dem japanischen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass in Deutschland häufig Manga auch aus dem französischen übersetzt werden, weil die, die einfach schon vorher übersetzt haben, viele Sachen auch schon eben vor uns veröffentlichen. Aber das ist tatsächlich eine Übersetzung aus dem japanischen. Ich habe den vor einigen Wochen, als ich mal wieder nach langer Zeit in den Comicladen gekommen bin, rumliegen sehen. Also da war der zweite Band, lag da so auf dem Neuheitentisch. Und mich hat das Cover extrem angesprochen. Es war ein sehr ausdrucksstarkes Cover, mit der Typografie gespielt wird. Und ich halte es jetzt mal für meine Mitpodcaster in die Kamera, was auch so ein bisschen was von so kommunistischen Propagandaplakaten hat, da so ganz leicht angehaucht. Und das habe ich mir dann irgendwie gemerkt. Da muss ich mal reingucken. Und wenn ich zu Hause bin, recherchiere ich dann nochmal nach, was es damit auf sich hat. Und stellte dann eben fest, das ist eine dreiteilige Manga-Reihe. Das finde ich dann schon mal sehr angenehm, dass es keine Endlos-Reihe ist, sondern ich weiß, es ist dann auch abgeschlossen. Und so richtig überzeugt hat mich dann tatsächlich auch, als ich dann intensiver mir mal Innenseiten angeschaut habe. Aber dazu gleich. Erst mal kurz zur Geschichte. Das Ganze ist quasi ein Remake. Es basiert nämlich auf dem Manga Dororo von Osamu Tesuka. Osamu Tesuka, der, man nennt ihn immer gerne so den Walt Disney, das Manga und das Anime. Der hat Astro Boy erfunden, hat Simba, der Weiße Löwe. Und hat ja erst viel Manga gemacht und dann aber auch eben Trickfilme, Trickserien fürs Fernsehen und so die große Lichtgestalt eigentlich des japanischen Manga. Und der hat... Jetzt traf ich das erst. Das sah nämlich auf der Website aus, als hätten das zwei Leute gemacht. Aber das ist ja einfach eine Neu-Umsetzung. Ja genau, also auf dem Cover steht erst mal Original Osamu Tesuka, Dororo und dann eben Azushi Kaneko. Aber sie sind tatsächlich beide auch hinten im Comic so mit so einer Kurz-Bio versehen. Und es gab vor einigen Jahren schon mal von Naoki Urosawa und noch einem zweiten Menschen, dessen Name ich jetzt nicht weiß, die Reihe Pluto, die eine Neuinterpretation von Tesukas Astro Boy war. Und sowas ähnlich ist das jetzt hier eben auch, dass Kaneko sich diesen Manga Dororo genommen hat und den neu interpretiert hat. Dororo ist erschienen Ende der 60er Jahre, von 67 bis 69. War glaube ich nicht so erfolgreich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das bei zwei verschiedenen Verlagen erschienen, weil der erste Verlag es quasi abgesetzt hat und der Abschluss kam dann bei einem anderen Verlag. Es gab auch eine Anime-Adaption und ich glaube auch eine Realfilm-Adaption oder so. Und das war eine Geschichte, die im feudalen Japan, also Samurai, Kasten und sonst irgendwas gespielt hat. Habe ich mir jetzt auch nur angelesen. Also ich kenne den Comic so jetzt weiter nicht oder den Manga jetzt weiter nicht. Und Kaneko versetzt das Ganze jetzt in eine futuristischere Welt. Also ich lese mal, weil es ist eine ganz gute Zusammenfassung, ich lese mal kurz den Klappentext vor von Search and Destroy in der Carlsen-Ausgabe. Nach dem Krieg setzte eine Massenproduktion von Robotern ein. Die Kreas überfluteten schon bald die Stadt und fristen ihr Dasein auf der Straße und im Untergrund. Als die mysteriöse, in einen stinkenden Pelz gekleidete und mit Scherenhänden bewaffnete Hiaku auftaucht, geht es den in der Stadt herrschenden Yakuza an den Kragen. Vor allem auf den Waffenhändler Gatz hat sie es abgesehen. Als dazu die vorlautige Weise Doro in die Auseinandersetzungen verwickelt wird, nimmt eine rasante Action-Story in retro-futuristischem Stil ihren Lauf. Dieses retro-futuristisch, da wollte ich jetzt eben auch gerade so hinaus. Also man merkt, also Krea, das ist in der Geschichte so der Begriff für diese Roboterwesen, die quasi Bürgerstatus haben, die also eigentlich mit den Menschen zusammenleben, aber dann doch eher die unterdrückte Kaste sind, die für Sexarbeit hergenommen werden, die generell für alle Arbeiten hergenommen werden, die die Menschen nicht machen wollen oder nicht machen können, die also tief unten in Minen arbeiten, wo die Menschen nicht überleben würden und da werden dann halt die Kreas runtergeschickt. Also denen geht es nicht besonders gut in dieser Welt. Also die Menschen haben sich quasi auch daran bereichert, dass jetzt diese anderen Wesen mit in der Welt sind, die für sie niedere Tätigkeiten übernehmen können. Und der gezeichnete Stil ist eben, also Carlsen nennt es retro-futuristisch und ich habe ja vorhin auch schon so den Vergleich so ein bisschen mit kommunistischen Propagandaplakaten gebracht. Und wenn man sich die Welt so ansieht, also man hat diesen futuristischen Anteil eben mit diesen Roboterwesen, dann andererseits aber auch Autos, die eher aussehen wie so aus den 40er Jahren, die ganze Architektur, die auch so ein bisschen was von Metropolis hat. Ich habe den Vergleich mit Blade Runner irgendwo gefunden, wobei Blade Runner natürlich auch auf Metropolis bezogen hat. Da stehen dann so riesige Statuen auch in der Stadt rum, was dann auch wieder so ein bisschen so kommunistische Propaganda irgendwie mit anklingen lässt. Und der Zeichenstil an sich hat mich sofort reingezogen, weil er in sehr, sehr starkem Schwarz-Weiß gezeichnet ist. Es gibt eigentlich keine Graustufen, sondern es ist so blankes Weiß der Seite und tiefes Schwarz der Tusche. Kaneko zeichnet digital, wie, soweit ich das verstehe, mittlerweile die meisten Mangaka, weil die eben sehr, sehr schnell auch produzieren müssen in ihrem System. Also es ist ein tiefes Schwarz und sehr, sehr kontrastreich von daher. Und es ist gar nicht so der, was man so klassisch oder klischeehaft als typischen Manga-Stil bezeichnen würde. Kaneko ist sehr westlich beeinflusst. Er ist gar nicht so sehr Manga beeinflusst. Er sagt von sich selber auch, dass er gar nicht so mit Manga gar nicht so richtig viel anfangen kann. Er ist eigentlich sehr musikbeeinflusst. Kaneko ist 1966 geboren. Er hat dann irgendwann so amerikanischen Punk und britischen Punk für sich entdeckt. Und kommt so aus der Ecke sehr, sehr stark beeinflusst. Und da dann eben auch so aus der Plakatwelt, so die amerikanische Lowbrow-Art und darin auch amerikanische Independent-Comic-Künstler. Also Charles Burns ist ein großer Einfluss. Daniel Klaus und gerade so Charles Burns. Ich habe selber Charles Burns nicht gelesen. Ich kenne auch wieder nur Optik von ihm quasi. Aber als ich in den Comic reingeschaut habe, in Search and Destroy, hatte ich auch sofort so eine Charles-Burns-Assoziation. Und das ist ein Stil, der mir extrem gut gefällt. Die Geschichte ist dann eigentlich diese. Es gibt diese Protagonistin, Hiyaku, die eine, ja so eine, sie ist so eine Mischform, wie wir dann lernen. Also sie ist ein Mensch, der aber sehr viele Roboter-Teile im Körper hat. Am Körper und im Körper. Also die Beine sind nicht echt, die Arme sind nicht echt, die Augen sind nicht echt. Also sie ist quasi so ein Cyborg. Und sie ist erst mal als besonders wütend dargestellt. Es geht sehr viel um Wut. Sie ist von Wut angetrieben. Sie weiß nicht richtig, wer sie ist. Sie weiß nicht richtig, wo sie herkommt. Aber sie ist auf so einem Rachefeldzug. Sie findet die Menschen, die, oder ja, auch die Wesen, die Mischwesen, die ihre Körperteile haben. Also so ein Mensch hat ihre Beine, ein Mensch hat ihre Arme, ein Mensch hat ihre Augen. Also irgendwas in ihrer Vergangenheit ist passiert, dass ihre Organe und Körperteile an unterschiedliche Menschen verteilt wurden. Von irgendwem, aus irgendwelchen Gründen. Das ist so das Mysteriöse an der Geschichte. Das ist das, was wir herausfinden wollen. Und sie ist auf diesem Rachefeldzug. Und das sind dann eben diese Yakuza, die in dem Klappentext erwähnt wurden, die diese Teile von ihr haben, die sie dann immer aufspürt, die sie dann im Kampf tötet und sich diese Teile zurücknimmt. Und je mehr sie sich weiter vervollständigt, desto mehr findet sie eben auch raus, wer sie ist und was in ihrer Vergangenheit da passiert ist und warum das alles so ist. Und ja, erfährt dann eben auch so menschliches Leben erst mal wieder. Also das gibt dann so die Sequenz, wo sie dann ihre Beine wieder hat, dass sie dann in Schnee steigt und das erste Mal halt kalten Schnee mit den Füßen spüren kann und solche Sachen. Sie hat so ein kleines Mädchen bei sich, die trifft sie, also die rettet sie erst. Das ist eben dann die, die heißt Doro. Das ist auch im Original die Namensgeberin für Doro. Das ist eine menschliche Diebin, die eben auch arm in den Straßen, so in den Kanälen mit den Ratten zusammenlebt. Und als Hiaku einen dieser Yakuza tötet, da ist eben auch Doro zugegen, weil sie hat da die Yakuza beklaut und soll umgebracht werden. Und Hiaku rettet sie in diesem Moment quasi dann auch. Und die zwei tun sich dann im Laufe der Geschichte auch zusammen. Und das ist so der Verlauf. Es geht dann eben um politische Intrige. Es geht um diese ganzen Gangster-Intrige. Das wird so nach und nach, wie es im klassischen Mystery so ist, dann eben weiter aufgelöst. Die Figuren erfahren immer mehr. Die Leserinnen erfahren immer mehr. Und das wird sich dann im dritten Band dann wie gesagt auflösen, den ich jetzt noch nicht gelesen habe. Also da kann ich jetzt auch gar nicht viel spoilern. Also ich finde es mich als extrem begeistert. Ich habe den ersten Band, das ich mir dann geholt habe, auch direkt an dem Abend so komplett am Stück durchgelesen. Und dann habe ich mir auch sofort den zweiten Band dann auch bestellt in der Buchhandlung und dann auch direkt am Stück neulich durchgelesen. Also ich finde wirklich diese Kombination erstens eine interessante, coole Geschichte, aber dann vor allem auch auf Visuellebene. Also so die Designs, auch wie die Figur Hiaku designt ist und wie sie sich dann so nach und nach ihre Körperteile zurückholt und sich ihr Design quasi dann eben auch verändert. Und wirklich dieser extreme Schwarz-Weiß-Stil, die Darstellung auch der Stadt. Ich mag das immer sehr gerne, wenn so Welten gezeigt werden und auch wirklich dann so stille Seiten oder stille Panels, die einem Architektur zeigen, die einem irgendwie Details zeigen. Also wo nicht nur Figuren in Aktion oder sprechend gezeigt werden, sondern wo man eben auch so, ja, mal einen Tisch oder, also Mike Mignola macht das zum Beispiel auch sehr stark in Hellboy, dass er eben mal wirklich von den Figuren weggeht und so. Also beim Film würde man es so Insert Shots nennen, wo dann eben mal ein Detail von einem Objekt gezeigt wird und so. Und das macht Search and Destroy eben auch sehr fein, gerade eben mit der Stadt, mit der Architektur, mit den Autos, dass man, glaube ich, so die Welt zu spüren kriegt und die Figuren, die sich darin dann eben auch bewegen, die Kreas und dann die Zapos. Zapos sind die Menschen und Kreas eben die Roboter. Es hat eine Noir-Geschichte in dem Sinne quasi, dass es eben dieses Mystery-Rache-Ding ist. Ähnlich wie man es vielleicht bei den Parker-Comics beziehungsweise Parker-Romanen auch hat. Also dieses, mir wurde was angetan und ich gehe auf Rache-Feldzug und finde dabei dann auch noch heraus, wer eigentlich hinter dem steckt, was mir angetan wurde und warum mir das angetan wurde und was überhaupt mit mir passiert ist und wer ich überhaupt bin. Also das ist eine ganz starke Empfehlung von mir. Auch durch diesen westlich angehauchten japanischen Stil vielleicht auch zugänglich für Menschen, die nicht so den Zugang zu Manga manchmal haben. Auch dadurch, dass es in drei Bänden abgeschlossen ist. Auch zugänglich für Menschen, die sich nicht auf endlos Serien einlassen wollen, die im Manga ja auch häufiger mal vorkommen. Also mich hat es total gekriegt. Das ist so einer dieser Comics, der so dem Don't judge a book by its cover entgegenspricht, weil genau das ist bei mir ja passiert. Also das Cover hat mich sofort angesprochen, als ich es da liegen sah. Und dann hat der Inhalt das aber auch unterfüttert, sowohl was die Geschichte angeht, als auch was die Grafik angeht. Ich bin sehr, sehr begeistert und möchte das tatsächlich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen Sci-Fi, Mystery, Krimi, Noir und auch Gemetzel-Geschichte gut finden kann. Wer von euch... ...schneit mich genau das zu sein, was ich gesucht habe, als ich nach Manga gefragt habe und dann diese Szenen-Bandreihe empfohlen bekommen habe. Das scheint mir aber auch eine Serie zu sein, die Potenzial dafür hat, dass auf jeder zweiten Seite so richtig schlimm rumgeheult wird. Ist das der Fall? Nee, eigentlich nicht. Also geheult wird da gar nicht. Also das hat vielleicht schon auch emotionale Momente. Es gibt nur so Rückblicke eben in die Vergangenheit von Hiaku, wo man dann immer so ein bisschen mitkriegt, was da auch mit ihr damals passiert ist. Aber also Geheule ist da nicht drin. Das würde ich so nicht empfinden. Also schon Emotion, aber jetzt nicht auf übertriebene Art und Weise. Da habe ich Bock drauf. Drei Bände sind auf jeden Fall machbar. Genau, ja. Patrick, das ist doch was, was dich auch ansprechen könnte, ne? Absolut. Also von der Inhaltsangabe habe ich erst mal so leichte Battle Angel Alita-Vibes bekommen. Mit dem Cyborg, der wieder zusammengesetzt werden muss. Aber er hat danach auch noch andere Stichpunkte gesagt, die mich natürlich getriggert haben. Also Charles Burns kenne ich durch Black Hole. Der hat teilweise wirklich einen sehr verstörenden Stil. Natürlich der Mike Mignola-Verweis und so. Aber auch jetzt Science Fiction und Gore. Im Prinzip das, was ich mir von Last Hero Inuyashiki erhofft habe, wahrscheinlich bin deutlich besser. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht. Ich kenne es ja nicht, aber vermutlich ist es genauso, ja. Es gibt auf YouTube einen Kanal, der heißt Archipel. Die haben einige Videos gerade so über japanische Kunst und Kultur, über Mangaka, Designer, Musiker etc. Und da gibt es auch ein Video über Kaneko. Es gibt so ungefähr, weiß nicht, 20, 25 Minuten oder so. Kann man sich halt dann mit englischen Untertiteln anschauen, vielleicht sogar mit deutschen, weiß ich gar nicht mehr genau. Text ist halt sonst japanisch. Und das ist sehr interessant. Da kriegt man sehr interessanter Einblick eben in den Typen. und so seine Herkunft. Also, dass er mit Manga gar nicht so viel angefangen konnte. Mehr Musik und westliche Kunst. Und dann eigentlich auf der Filmhochschule war, aber dann eben zum Manga zurückgekommen ist und da eben diese ganzen Einflüsse eben hier auch einfließen lässt. Also, er hat verschiedene Reihen rausgebracht, die bei uns nicht erschienen sind. Ich glaube, die sind in Frankreich erschienen. Und dann die Reihe Wet Moon ist auch ein Dreiteiler. Der ist schon bei Carlsen erschienen. Das ist auch irgendwie eine Noir-Geschichte. Er wird häufig mit David Lynch verglichen. Ich habe Wet Moon selber noch nicht gelesen. Aber das wären so die zwei eben Wet Moon und Search and Destroy, die bisher auf Deutsch erschienen sind. Und dieses Archipel-Video kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand da nochmal genauer hinschauen will. Ich habe halt auch am Anfang erst Seek and Destroy verstanden und deswegen erst diesen Metallica-Ohrwurm wiedergehabt. Aber ich werde auf jeden Fall reinlesen. Das klingt genau nach so der Art Manga, die ich suche. Blitz, wie sieht es bei dir aus? Das ist ja ein super duper Endzeit-Weltuntergang und irgendwie auch ganz schön crazy alles. Ist dir das zu wenig Zweiter Weltkrieg? Ich müsste mal reinblättern, ganz klar. Das ist jetzt halt der Nachteil wieder, wenn wir uns nur so sehen, dass wir uns das nicht einfach mal hinhalten können. Da wäre ich wahrscheinlich eher dazu geneigt, mal reinzugucken. Ich glaube, es gibt eine Leseprobe auf der Carlsen-Seite. Da kann man sich zumindest mal ein paar Seiten anschauen. Ich versuche dieses Mal zu warten, bis die Affiliate-Links dazu da sind. Dann spendiere ich uns quasi wie Summit. Und refinanzierst deinen eigenen Podcast. Glückwunsch. Genau. Ja, geil. Danke dafür. Das klingt wirklich sehr spannend. Tatsächlich bis jetzt, glaube ich, so das, wo ich am ehesten mal einen Blick reinwerfen würde. Und wenn ich nun dran bin, dann erzähle ich uns doch mal was vom Comic-Lehrjahre von vermutlich ausgesprochen Guy Delisle. Das ist ja der französische Teil Kanadas, aus dem er kommt. Ich glaube, dass es Delisle ist. Delisle. Ich glaube, Delisle ist eher die französische Aussprache. Er war mal beim Comic-Salon und ich meine auch, dass Guy Delisle da die Aussprache war. Dankeschön. Das hätte ich auf keinen Fall besser gewusst. Guy, nicht geil, sondern Guy. 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 Alles klar. Wie dieses Dessert aus dem Tiefkühlregal. Nee, es heißt Guy. Das heißt Guy. Naja, auf jeden Fall ist das jemand, den ich auch schon mal persönlich sehen konnte, bei einer Lesung hier in Frankfurt. Da hat er vorgestellt, seinen Comic Geisel war das, glaube ich, der ebenso beim Reprodukt Verlag erschienen ist. Ich habe am selben Abend dann auch einen sehr guten Einblick bekommen von seiner Reihe Ratgeber für Schlechtväter, wo er letztlich so anekdotisch Cartoons aus dem Familienleben zeigt, die davon eben erzählen, wie man mit seinen Kindern umgehen kann und wie vielleicht auch nicht, wie die halt einfach auf entsprechende Worte reagieren und so. Das fand ich alles ganz lustig. Ich glaube, was wir damals schon Nachwuchs hatten oder kurz davor standen, auf jeden Fall fühlte ich mich da sehr abgeholt. Ja, und Geisel ist so eine Nacherzählung, eine journalistische Comic-Nacherzählung von jemandem, der entführt worden ist und wie eben so sein Leben dann da während der Entführung aussah und vielleicht auch wie die Befreiung dann ablief. Und nun gibt es aktuell den Graphic Novel Lehrjahre beim Reprodukt Verlag. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube, Breedstorm, du kennst ihn auch und hast von ihm auch schon was gelesen. Ist das richtig? Ja, ich habe seine Reiseberichte, möchte ich es jetzt mal nennen, wo er in Pyongyang war zum Beispiel, gelesen. Also es ist immer genau mein Ding. Finde ich richtig gut. Das ist richtig, die habe ich jetzt noch gar nicht aufgezählt. Er hat nämlich scheinbar in seinem Leben eine Menge Reisen gemacht, unter anderem nach Asien und da gibt es dann sowas wie einen Comic namens Aufzeichnung aus Birma, was zu Shenzhen, Pyongyang, also wirklich große, bekannte, also auch Städte vielleicht, ja. Aus China ist das, glaube ich. Und ganz toll, da hat er letztlich ja nichts anderes gemacht, als seine Wahrnehmung und Erlebnisse zu schildern in Graphic Novel Form, also in Comic Form und dann halt eben so da vielleicht auch so ein bisschen Humor mit eingestreut, so ein bisschen dieses Verwunderliche mit reingebaut und das hat auch gut funktioniert bei seinem zweiten großen Ding mit diesem Ratgeber für schlechte Väter. Das lebt halt einfach von diesem Alltagshumor, den man vielleicht auch kennt, wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat und dieses Ding mit der Geisel, auch da hat er einfach eine gute Vorlage gehabt, die er hier jetzt umsetzen konnte. Bei Lehrjahre geht es genau darum, es geht um seine Zeit, wie er selbst in einer Papierfabrik gearbeitet hat. Das Ganze spielt ab dem 16. Lebensjahr, glaube ich, und dann so wird es bis Anfang 20 ungefähr gehen und es geht auch wirklich gar nicht dann noch um den Teil großartig des Studiums und er ist ja auch Zeichner und so, es gibt diese ganzen biografischen Aspekte, sondern es geht eigentlich immer ausschließlich nur um die Wochen und Monate, die er im Rahmen von Ferienjobs in dieser Papierfabrik gearbeitet hat. Und ja, jetzt würde ich gerne sowas sagen, wie das ist ein Coming-of-Age-Comic und so, wo er so ein bisschen selbst sich entdeckt und Zusammenarbeit mit anderen Leuten im Team arbeiten und bla, aber ist es eigentlich gar nicht. Es wird, wenn man so will, auch anekdotisch, aber schon zusammenhängend erzählt, wie die Arbeit dort war. Hin und wieder streut er ein paar fachliche Dinge ein. Wie funktioniert denn jetzt wirklich praktisch, das Arbeiten in so einer Papierfabrik? Wo kommt das Papier her? Wie wird das auf Rollbahnen quasi gequetscht? Was passiert, wenn Papier mal reißt und dann die Maschinen stillstehen? In was für einem Gebäude ist diese Fabrik untergebracht? Wie ist es historisch einzuordnen? Wo kommt das Holz her? So in der Richtung, das ist alles so, ich würde sagen, sechs, sieben Mal im Buch eingestreut. Und dann eben hin und wieder auch so zwischenmenschliche Dinge, wie zum Beispiel der Kontakt zu seinem Vater. Die Eltern leben wohl getrennt oder sind geschieden und der Vater arbeitet in derselben Fabrik. Es gibt nahezu keinen alltäglichen Austausch, auch im privaten nicht. Und dann gibt es hier und wieder da einfach mal so, es gibt wohl einmal im Jahr den Besuch beim Vater und da erzählt der Vater einen Monologe, weil er inzwischen absolut vereinsamt ist und es gar nicht mehr gewohnt ist, mit Menschen zu sprechen. Ähnlich läuft auch der Besuch in der Fabrik im Büro des Vaters ab, der im Gegensatz zu ihm selbst, übrigens nicht so diesen klassischen Arbeitern zuzuordnen ist, also die schwitzen, die an den Maschinen arbeiten und so, sondern er ist wohl Engineer, also Bürofachkraft und macht dann lustige Dinge und so und ist quasi auf einer ganz anderen Ebene, ist auch wirklich in den oberen Stockwerken der Firma zu finden und so. Also das ist so ganz interessant, wie er also Interaktion ist mit anderen Menschen, familiäre Dinge, wie er Leute kennenlernt, richtig gern teilweise dann irgendwann auch mag, als Kollegen und dann sind die halt in der nächsten Saison, wo er wieder arbeitet, da hatten die offensichtlich einen Autounfall und sind tot. Solche Aktionen sind immer wieder drin und viele, viele weitere Sachen. Aber, und das ist auch schon der große Punkt, insgesamt plätschert es wahnsinnig vor sich hin. Es passiert eigentlich nichts und klar gibt es sechs, sieben Mal auch interessante Einstellungen und Erklärungen davon, von diesen technischen Aspekten. Also wie muss jetzt so eine tonnenschwere Papierrolle mit einem Kran gehoben werden, mit welcher Technik und so, das ist alles ganz nett, aber ich könnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so ganz sagen, wie eigentlich wirklich jetzt aus dem Baumstamm am Ende das A4-Blatt wird. Und das ist irgendwie blöd und das ist schade, weil das hätte ich dann schon irgendwie noch gern gewusst. Das hätte ich so als Minimum von dem verstanden, was ich, was der Comic glaube ich eigentlich will, weil er bringt schon relativ oft, wie gesagt, diese technischen Aspekte mit rein, wo dann auch so technische Zeichnungen ein bisschen mit drin sind oder auch Details beispielsweise vom Mauerwerk des Gebäudes, wo dann darauf eingegangen wird, warum das was Besonderes ist, wer der Architekt war und hast du nicht gesehen. Also für sowas nimmt das nicht Zeit, aber jetzt mal so die Basics und die grundlegenden Sachen der Papierherstellung werden da irgendwie nicht erläutert. Und wenn man das jetzt mal vielleicht nicht als Sachcomic betrachten möchte, sondern eben als irgendwas, was halt vielleicht eine Story oder eine Geschichte erzählt, ist auch das eigentlich nicht vorhanden. Dadurch, dass wir eigentlich immer wieder nur in diese saisonale Arbeit reinspringen und so seinen Berufsalltag da letztlich kennenlernen, wie er so reinkommt in den Job und hin und wieder, wie gesagt, mit Menschen interagiert, es wird eher was lernt und so, gibt es wirklich eigentlich keinen Spannungsbogen. Das Ganze läuft auf kein wirkliches Finale hinaus. Es ist, es tippelt so vor sich hin. Das wäre was da, ohne es gelesen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei diesen Reiseberichten ähnlich gewesen ist, weil er ja wohl auch von seiner Arbeitswelt erzählt und von den Eindrücken eben von den Städten selbst. Aber durch dieses, ich will nicht sagen absurde, aber durch dieses Besondere der Orte, an denen es stattfindet, könnte das noch deutlich unterhaltsamer sein. Hier, das Ganze findet eben in Kanada statt, in einer industriellen Umgebung und es gibt wirklich keine erwähnenswerten Highlights in diesem Comic. Das macht es mir sehr schwer, das uneingeschränkt weiter zu empfehlen. Ich finde den Humor, der an anderer Stelle positiv erwähnt wird, also tut mir leid. Ich habe da keinen großartigen Humor gefunden und ich hatte noch die Gelegenheit, hier die Pressemappe zu lesen und an der Stelle auch vielen Dank. Ich habe das Ganze als digitales Rezensionsexemplar erhalten. Ich habe mir hier die Pressemappe durchgelesen, da sind dann klassischerweise auch Interviews drin und dann werden da vier, fünf Fragen gestellt und dann gibt es vier, fünf Antworten zu, alles schriftlich. Und schon bei diesem Interview, das ja das offizielle Interview vom Verlag, glaube ich, sogar ist, da gibt es, glaube ich, eine Frage zum Buch und alles andere ist so ein bisschen allgemeines Blabla zu ihm und seinem Leben. Also selbst die wussten nicht so genau, was sie ihm eigentlich fragen sollten und das ist ein bisschen schade, weil das, wie gesagt, jemand ist, der sonst zu Recht viel gute Aufmerksamkeit bekommt, also einfach viel Aufmerksamkeit für seine Werke bekommt. Das Artwork ist, glaube ich, exakt das, was man von ihm kennt. Da gibt es keine Variationen, also insbesondere bei der Darstellung eben von ihm selbst mit seiner spitzen Nase. Das seht ihr schon, wenn ihr euch die Cover mal anguckt. Er stellt sich halt immer so in dieser Art und Weise dar. Es gibt immer eine Highlightfarbe beziehungsweise eine einzige Highlightfarbe. Es gibt verschiedene Schwarz- und Grauabstufungen und dann so eine Art Orange-Gelb, das regelmäßig in den Panels auftaucht. Eine warme Farbe und dazu sagt er, dass das unter anderem dafür gedacht ist, dann auch die Wärme zwischen den Maschinen in dieser Firmenhalle darzustellen. Blau hätte also nicht funktioniert. Das ist ja alles ganz schön, alles ganz nett. Es hätte aber auch irgendein spannendes Pink sein können. Also im Endeffekt, es ist nett, es ist hübsch, irgendwie auf seine Art. Es ist jetzt kein Vorurteil gegenüber dieses Artworks, aber es hat insgesamt keine Highlights. Das ist sehr schade für was, was zumindest irgendwie noch, mindestens man hätte noch lehrreicher sein können, weil gerade auch in dem Aspekt geht da einfach nicht weit genug ein. Das ist so ein kurzer Rundumschlag zu Lehrjahre von Guy, 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 Lilil, oder so. Und jo, also blätter mal rein, dann wisst ihr, ob es was für euch ist oder nicht. Jo, Andi, hättest du da Interesse dran? Also Guy Lilil finde ich an sich toll, ich habe wenig von ihm gelesen. Ich habe genau ein Band bisher gelesen, zwar den Shenzhen. Ich meine, das war der erste, der damals bei auch bei Reprodukt erschienen ist, von diesen Reiseberichten. Aber ich mag diesen Zeichenstil von ihm sehr gerne, ist ja ein sehr reduzierter Stil, sehr bleistiftig auch. Das finde ich gut und mir hat Shenzhen auch viel Spaß gemacht. Also gerade so diese Berichte eben, so dieses Kennenlernen fremder Kulturen und Zusammentreffen mit Menschen aus anderen Kulturen, das fand ich immer sehr, sehr spannend. Aber irgendwie habe ich dann immer keinen neuen Band von ihm dann leider gelesen. Warum er so viel rumgereist ist, bei Shenzhen war es noch der Fall, dass er in der Trickfilmproduktion gearbeitet hat und da in Shenzhen die Animation in China quasi überwacht hat und dann die späteren Bände, seine Frau war oder ist bei den Ärzten ohne Grenzen und die ist also quasi beruflich immer rumgereist und er als Künstler konnte halt mitreisen und so kam er in diese ganzen ganzen Länder und das fand ich eben auch ein spannendes Ding. Also der Künstler kommt in diese ganzen Länder und berichtet dann so von daher. Jetzt, dass du natürlich sagst, dass dieser Band jetzt etwas ereignisarm ist und nicht so richtig viel dazu erzählen hat, wäre für mich natürlich der Ansporn erstmal diese anderen Reiseberichte zu lesen, wo ich mit Shenzhen ja schon gute Erfahrungen gemacht habe und auch über die anderen Bände dann gute Sachen gehört habe. Da kann ja der Breed Zone vielleicht gleich mehr dazu sagen. Also du schreckst mich jetzt natürlich von diesem speziellen Band etwas ab, aber an sich Gide Lille denke ich, ist eine gute Empfehlung auf jeden Fall. Breed Storm, du wenn ich das richtig verstanden habe, hast dir anscheinend mehr Bände gelesen. Wie ist dein Verhältnis zu Gide Lille? Ja, auf jeden Fall gut, also der hat bei mir so viel Vorschusslorbeeren von mir selbst bekommen, dass ich mir den Band auch so holen werde, auch wenn wenig passiert. Ich meine, das ist halt bei Pyongyang halt auch so, er geht halt raus und guckt sich an, wie die Leute sich in Nordkorea so auf der Straße verhalten. Da hast du jetzt keinen Plottwist oder sonst irgendwas dran, aber er beschreibt halt diese Situationen, wenn du als Ausländer da bist und wie sich die Bevölkerung dir gegenüber verhält, die beschreibt er wundervoll. Und gerade China, also Shenzhen, ist ja genau das Gleiche, das sind immer noch aktuelle Themen. Also gerade mit Nordkorea haben es ja immer öfter in letzter Zeit und wie sich da verhalten wird. Und dazu sind das hervorragende, ja, so ein bisschen Reiseratgeber auch. Ja, er sagt in dem Interview, dass es halt gab dazu in der Pressemappe, dass er jetzt aufgrund der Kids natürlich nicht mehr so viel reisen kann. Das heißt, die Geschichten, die es da zu erzählen gab, die sind zu Ende erzählt. Dann, wie gesagt, seine Reihe mit den situationskomischen Situationen eben mit den Kindern und so. Alles gut, das ist auch ein neuer Teil seines Lebens. Und jetzt stand er vor der Frage, okay, was erzählt er denn eigentlich jetzt noch? Hat er noch Geschichten zu erzählen? Und dann waren eben die Eindrücke aus seinen Lehrjahren scheinbar ganz relevant und wichtig. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn der nächste Band von ihm von seinem Studium handelt, das quasi zwischen diesen einzelnen saisonalen Arbeiten stattfindet. Da wird immer mal so eingestreut ein bisschen, sehen, dass er ja eigentlich Comiczeichner ist und so. Aber wie gesagt, so dieses Dings hier, also praktisches Arbeiten in der Fabrik, darum geht's und wie das so funktioniert und so, das könnte eigentlich auch ein... Also dadurch ist es teilweise, geht's schon in die praktischen Details, wie muss ich jetzt die große Papierbahn schwingen, damit sie optimal in die Entwertungsanlage hinunterglitscht und so. Also im Endeffekt wäre das hier vielleicht wie die Leute, die da arbeiten, ein schöner Einstiegsband, ein Handbuch, How-To. Aber so ist für mich, wie gesagt, was ein bisschen ein eigenes Arm. Es ist am ehesten noch so, dass er als junger Mann, pubertierend meinetwegen, in diese harte Männerwelt reintrifft, von Männern, die halt so Männer-Männer sind. Komplett, da steht der Schweiß in jeder Pore. Sobald, es gibt einen Aufenthaltsraum mitten in der Fabrik, die ja sehr laut ist, dieser ist schallgedämpft und da ist ein Fernseher drin, was für Gespräche da stattfinden, was für ein Frauenbild davor herrscht und so. Ne? Cool. Danke. Weitermachen. Patrick, du bist ja auch so ein richtiger Mann. Ist das was für dich? Ich mag seinen Zeichenstil, aber ich habe bisher keine Berührungspunkte mit Guy Delisle. Deswegen würde ich mir da eher von Breastorm oder eben vielleicht auch von der Community, falls die mal da was sagen will, eine Empfehlung holen lassen. Also wenn ihr unbedingt eine Empfehlung von Guy Delisle habt, könnt ihr uns das auch gerne in die Gruppe schreiben oder so. Da würden wir uns wahrscheinlich auch mit auseinandersetzen, würde ich sagen, weil dieser Band klingt jetzt für mich halt tatsächlich schon eher langweilig. Ja, definitiv. Okay, gut, jetzt habe ich euch alle gefragt, ob ihr das auch so langweilig findet wie ich. Da haben wir das geklärt. Sehr schön. Vielleicht eher mal in die anderen Werke rein. Also ganz ehrlich, das ist offensichtlich jetzt die Feststellung, alles andere ist unter Umständen deutlich unterhaltsamer als das, was er hier abgeliefert hat. Lieber Breastorm, du bist wieder dran. Ja, yeah, Zweiter Weltkrieg. Ole, ole. Also. Nein, also ich finde gerade diese historischen Storys finde ich immer sehr interessant. Es ist nicht nur der Zweite Weltkrieg, es ist auch Erste Weltkrieg, finde ich sehr interessant. Ich mag aber auch zum Beispiel über die DDR, finde ich auch als Thema sehr interessant, da ich das so als kleiner Junge im Zonenrandgebiet immer so zumindest von draußen beäugen konnte aus nächster Nähe. Also ich bin da wirklich fasziniert und fast eigentlich faszinierter als von Gegenwarts-Storys. Ja, das ist einfach so. Und abgesehen davon, dafür, dass das uns wieder Nazi wieder schlecht bewertet hat bei iTunes, da habe ich gedacht, da bringe ich mal wieder zwei Storys aus dem Zweiten Weltkrieg mit. Jedenfalls möchte ich mal sagen, Zusammenbruch von Pascal Rabaté ist bei Reprodukt erschienen und er beschreibt den Fall Rot. Wir hatten eben schon den Fall Gelb, das war der Überfall auf Belgien und die Niederlande und der Fall Rot war ja das eigentliche Ziel von Hitler, nämlich Frankreich zu überfallen. Wie gesagt, die Niederlande und Belgien standen halt im Weg, die wurden halt gerade mal mitbesetzt in dieser Phase, aber als man in Frankreich ankam, erwartete man sich schon mehr Widerstand. Man muss halt bedenken, Hitler war halt im Ersten Weltkrieg gewesen und er hatte seine Vorstellung von Krieg war natürlich auch, dass das eventuell wieder auf sowas hinauslaufen könnte, wie den Grabenkrieg. Also, dass man sich Wochen, Monate gegenüber saß, sich in Löcher eingebuddelt hat, in Schützengräben und sich dann mit beschossen hat, mit Giftgas behakt hat, mit Flammenwerfern behakt hat und dass da wenig Vorankommen in der Front war. Also, wie gesagt, die Front im Ersten Weltkrieg hat sich ja kaum bewegt, aber das war dann doch komplett anders, weil in diesen 20 Jahren zwischen diesen Kriegen hat sich dann doch einiges getan und zwar in der Waffentechnik. Es wird immer gesagt, die Wehrmacht wäre zu diesem Zeitpunkt sehr überlegen gewesen. Sie war es aber nicht wegen der Größe, sondern sie war es auch auf technischem Niveau. Man hat das Thema Blitzkrieg quasi perfektioniert zu dem Zeitpunkt und gerade die Franzosen hatten sehr veraltete Maschinen zu diesem Zeitpunkt auch und obwohl sie in manchen Teilen überlegen waren, zum Beispiel bei der Artillerie und so weiter, also ihr merkt, ich habe mich eingelesen, hat das schnelle Vorkommen der Wehrmacht zusammen mit den Panzern und der Luftwaffe einfach dazu geführt, dass man da in sechs Wochen durch war, also sechs Wochen von der Idee, naja, wir fahren mal nach Paris und nach sechs Wochen war man dann in Paris und Hitler hat ja dann die Franzosen genötigt, in denselben Waggon den Waffenstillstand zu unterzeichnen, in dem nach dem Ersten Weltkrieg die damalige Armee die Niederlage eingestehen musste, also Demütigung ohne Ende und in dieser Phase ist der Band angesiedelt wir erleben nämlich die Geschichte von Videgrand, Videgrand ist ein Poilou, also was ein französischer Soldat ist und die sind auf dem Weg zur Front, als plötzlich die Kolonne von Soldaten und aber auch von Zivilisten von Stukas angegriffen wird, es gibt einige Tote, einige Verletzte und die Armee zieht weiter auf die deutsche Armee zu und in der Zwischenzeit erlebt man viele Gespräche zwischen den französischen Soldaten, die sind auch komplett überrumpelt, muss man es einfach nennen, von dem schnellen Fortkommen der deutschen Armee und wissen nicht richtig, wie sie sich damit arrangieren sollen, also sie sind schon drauf eingestellt, sie wollen ihr Land verteidigen, sehen aber da eine riesige, tödliche Masse auf sie zukommen und das Ganze endet damit, dass der Kommandant von denen eine vaterländische Rede, möchte ich es mal nennen, spricht und sich im Anschluss an diese Rede erschießt, also wir reden jetzt von der Phase, wo dann Kirchen gefallen ist, also wo die Alliierten, sprich die Briten vertrieben wurden vom Kontinent und sehr düster aussah in Europa zu diesem Zeitpunkt und in dieser Phase sind genau die Ereignisse dieses Bandes angelegt. Es führt dann weiterhin dazu, dass man dann über den Berg rüberschaut und sieht in der Ferne die deutsche Armee, die dann Lager aufgeschlagen haben und es hat schon einen gewissen Comedy-Aspekt, wie er das Ganze beschrieben hat, in dem nämlich dann die Armee anfängt, ihre eigenen Gewehre zu vernichten, ihre Panzer zu vernichten und sie gehen dann mit mehreren Hundert Leuten auf das deutsche Lager zu. Das deutsche Lager ist auch äußerst schlecht bewacht und man sieht eigentlich nur zwei Wehrmachtssoldaten da grillen, die grillen glaube ich eine Ziege oder eine Kuh oder sowas und da ergeben sich dann mehrere Hundert Leute einfach diesen paar Leuten, die da am Grillen sind. Also es ist schon eine sehr skurrile Situation, wobei der ganze Band jetzt nicht irgendwie lustig ist, weil ständig passiert irgendwas, ständig wird jemand erschossen, die französische Armee gerät dann in Gefangenschaft, ist dann auch in so einem Gefangenenlager in Frankreich drin und ja, wie der Videgrin aus dieser Gefangenschaft eventuell entfliehen kann, das beschreibt halt der Band. Pascal Rabaté hat einen Stil, den ich vorher noch gar nicht kannte, weil logischerweise ich habe noch nichts von ihm gelesen, es gibt ein paar andere deutsche Ausgaben von ihm, auch bei Schreiber und Leser ist was erschienen, da muss ich vielleicht nochmal reingucken und was er wirklich schafft, ist, dass jede Figur bei ihm irgendwie anders aussieht, also er schafft es, Besonderheiten in Gesichter reinzuzeichnen, ob es mal abstehende Ohren sind oder eine riesige Nase, er zeichnet einfach sehr viele Charaktertypen und das ist was für mich unheimlich wichtig ist in Comic, dass ich einfach wieder erkennen kann, wer soll zu welchem Zeitpunkt wer sein, gerade wenn alle eine Uniform anhaben, ist das sehr, sehr wichtig und das schafft er wirklich hervorragend, der Protagonist, der Videgrin, hat auch so ein bisschen abstehende Ohren und so ist er eigentlich immer schnell wieder zu erkennen und der Band lebt dann auch oftmals einfach von den Gesprächen, die der Videgrin führt und weniger von Action, also er führt jetzt nicht einen riesigen Widerstand gegen die Gefangenschaft an, sondern versucht halt ganz normal zu flüchten und zeigt auch das kleine, die flüchtenden Menschen auf der Straße, wenn zum Beispiel erschossene Tiere, die auf der Straße auch liegen bei so einem Flugzeugangriff und ja, also es ist jetzt andererseits auch kein Depri-Comic, also es ist jetzt nicht alles dunkel und grau, sondern sie erleben auch lustige Sachen dadurch, aber der Tod ist halt trotzdem immer sehr, sehr nah, eine Besonderheit, die wir vorhin beim Spirou auch schon gesehen haben, ist die Geschichte mit den deutschen Soldaten, wie die dargestellt werden, weil ich hatte ja schon die Individualität der Franzosen hier gelobt, aber auch hier werden die deutschen Soldaten wieder als Schatten dargestellt und ja, also man möchte die nicht zeigen in diesem Look offensichtlich. Interessant ist auch der Ansatz mit den afrikanischen Soldaten, also die Franzosen hatten ja zu dem Zeitpunkt im Gegensatz zum Deutschen Reich noch sehr viele Kolonien und haben demzufolge auch sehr, sehr viele Soldaten aus anderen Kontinenten herangeführt und natürlich kann man sich darauf vorstellen, was passiert, wenn Deutsche zum ersten Mal einen Schwarzen sehen und aber der Band weist auch darauf hin, dass es bei den Franzosen ja nicht vom Grundsatz her anders ist, außer dass man natürlich auf einer Seite steht, aber auch die französischen Soldaten aus den Kolonien werden hier von ihren eigenen Kameraden dann doch deutlich diskriminiert, wie man sehr oft sieht, also das fand ich bemerkenswert, dass das so dargestellt wird, weil wie gesagt, es gibt viele Comics, da scheint es überhaupt keine Rolle zu spielen und zu diesem Zeitpunkt hat es aber eine ganz deutliche Rolle einfach noch geführt, weil es einfach sehr viele Menschen kamen, die noch niemanden gesehen hatten, der eigentlich aus Afrika ursprünglich kommt und auch darauf geht der Band ein. Es gibt auch so kleine, ja, bisschen Liebesszene oder nennen wir es so, diese Phase, wenn man denkt, man stirbt, dann denkt man sich, naja, bisschen körperliche Betätigung mit dem anderen Geschlecht wäre vielleicht auch mal ganz gut, auch sowas kommt drin vor und das macht den Band, der in Hardcover natürlich Reprodukt erschienen ist, zu einer runden Sache. Wirklich richtig gut und ich hatte Spaß. Das Ding kostet gerade mal 20 Euro, das ist ziemlich geil, was das für dir schon mal sehr ansprechend. Schwarz Weisheit, ne? Hast du den auch irgendwo geschossen oder hast du den damals geholt? Den habe ich geschossen auch. Schönes Ding, gut, thematisch, wie gesagt, du stehst auf historische Zusammenhänge und das Ganze ist einfach auch, also das Zweiter Weckling soll man sagen, da fällt mir jetzt nicht viel Optimistisches ein, was man da jetzt erheiternd erzählen könnte, aber gerade diese Sache, ich habe ein bisschen das ist auch schon blutig mal und man sieht auf dem Cover auch schon, dass da ein totes Pferd liegt und so, komme ich da jetzt so mit richtig schlechter Laune raus oder eher nicht so? Jein, würde ich sagen, jein, also es ist nicht Depri, aber das kommt auf dich an, würde ich sagen, wie du an das Thema rangehst. Was ich noch ergänzen möchte, was ich vermisst habe, was mir oftmals so geht, wenn Werke eins zu eins aus kopiert werden, ist, dass die redaktionelle Bearbeitung, ich hätte es schon bei Spiro gelobt, dass die da einfach zwei volle Seiten mit sehr viel Text einfach drauf verwendet haben, einfach mal so verschiedene Sachen zu erklären, die da drin sind, das wäre hier jetzt natürlich auch schön und interessant gewesen, sei es meinetwegen zu dem historischen Verlauf, aber meinetwegen auch zu der Geschichte der afrikanischen Soldaten, da hätte ich schon gern ein bisschen mehr erwartet, das wäre ganz gut gewesen, aber vielleicht geht es nur mir so und natürlich ich kann immer noch ein bisschen was dazu recherchieren, aber wenn es mir auf ein paar wenigen Seiten so das ein oder andere Stichwort gibt, dann ist das Ganze doch noch ein bisschen einfacher. Patrick, wie siehst du das eigentlich so mit historischen Storys, ist das was für dich? Gerade jetzt im Comic- und Filmformat kann man so einen Stoff auch sagen wir mal weniger trocken transportieren beziehungsweise zugänglicher machen, deswegen bin ich dem ziemlich offen und er schildert er schildert das ja auch so, dass das auch variiert wird und dem neue Facetten abgewinnt, also wahrscheinlich wie der Breedstorm, wenn ich das billig schießen würde, würde ich dazu nicht Nein sagen. Okay. Andi, ist das was für dich? Also ich habe auch wie du mir mal so die Leseprobe angeschaut und ich fand es auf jeden Fall gut gezeichnet, der Zeichensstil hat mir gut gefallen, ich arbeite ja auch nur vom Namen her und habe halt mal Bücher von ihm gesehen, wenn sie rausgekommen sind, aber auch nichts von ihm gelesen bisher. Ich habe jetzt gerade auch mal so die Leseproben der anderen Bände von ihm bei Reprodukt mir angeschaut, die koloriert sind und da auch unterschiedlich koloriert sind und dieser Band ist jetzt ja schwarz-weiß, also gerade dieser schwarz-weiß hat mir aber auch sehr gut gefallen, den Schattierungen. Die Geschichte, also so auf Empfehlung von Breedstorm, also mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, also ich bin jetzt nicht abgeneigt gegenüber historischen Stoffen, das wäre für mich wenn ich es aus der Bücherei ausleihen kann, also auf Empfehlung hin es mir ausleihen, also das ist wahrscheinlich nicht der Band, den ich mir jetzt zwingend sofort selber gekauft hätte, da kommt dann das ins Spiel, was ich auch schon mal gesagt habe, so irgendwann ist einfach der Platz rar im eigenen Hause und da sind dann andere Stoffe, die ich mir ins Regal stelle, aber es klingt nach einem interessanten Zeichner auf jeden Fall oder sieht nach einem interessanten Zeichner aus und klingt auch nach einer interessanten Geschichte. Da bin ich ganz bei dir, wenn er mal irgendwo vor der Haustür liegt, dann nehme ich ihn gern mit oder wenn ich ihn halt irgendwie digital zur Verfügung gestellt bekomme, dann ist das so einer, dann bist du dann im Urlaub auf deiner Sonnenliege und scrollst durch deinen Archiv und irgendwann entdeckst du vielleicht auch den auf deinem Tablet, das könnte schon passieren. Das ist ein zweiter Weltkrieg auf der Sonnenliege, zum Motor kommen, na klar. Jaja, die anderen sind ja auch koloriert, ich blicke hier durch, ich scroll hier gerade durch einen, der ist koloriert, da weiß ich gerade gar nicht, ob er das selbst gemacht hat, hat hier Bäche und Flüsse, aber ist auch nur ein Name, also wird er selbst gemacht haben und wie sieht das aus, Breedstorm, das Schwarz-Weiß, passt das oder hätte hier auch ein Klecks Farbe gut getan? Nö, das passt eigentlich sehr gut, also ich bin da eh kein großer Ablehner, wenn es Schwarz-Weiß ist, wirklich, also das ist schön gemacht, einfach. Prima, dann bist du wieder dran, Patrick, oder? Ich glaube ja, ich bin jetzt dran mit Der Schatten aus der Zeit von H.P. Lovecraft, wieder aus der Manga-Reihe von Guter Narbe und es geht hier um den Professor Nathaniel Wingate Piesel, also wirklich schon mal ein sehr hochgestochener Name, der hält gerade in der Uni eine Vorlesung und bricht dann vor allem zusammen, hat dann plötzlich eine Erinnerungslücke von fünf Jahren und in diesen fünf Jahren, die verloren gegangen sind, war er wohl von irgendeiner Macht besessen, von den sogenannten Yves und die haben mit seinem Körper schon ein bisschen was angestellt, Forschungen betrieben und sonstige Sachen, während dann seine Ehe um ihn rum anscheinend in die Brüche gegangen ist und nur so einer seiner Söhne ihm beigestanden hat und quasi gewartet hat, bis sein Vater wieder zurückkommt und er macht sich jetzt daran herauszufinden, was ist in diesen fünf Jahren passiert und dabei kommt er einer Verschwörung, die natürlich mit den großen Mächten aus dem Cthulhu-Kosmos zu tun haben, auf die Schliche, hat so leichte Deckungen zu Berge des Wahnsinns oder Berg des Wahnsinns, wobei Berg des Wahnsinns war eher so die Blaupause auch für das Ding aus einer anderen Welt oder jeden anderen Horror, wo irgendeine alte Macht quasi erweckt wird und hier geht man mehr so ins psychedelische ins Science-Fiction-Genre und eben auch mit so Zeitreise-Spielereien. Was ich hier halt interessant finde, ist die Meta-Ebene, also Lovecraft hatte zu dem Zeitpunkt kurz davor einen Nervenzusammenbruch gehabt und ein bisschen merkt man, dass dieser Figur auch an, wie er versucht, wieder ins Leben zu finden, aber dieses Mal haben wir, bis auf diese rassistischen Tendenzen, die hier stattfinden, aber auch geringer wurden, merken wir, dass es hier um eine Person geht, die wieder versucht, ins Leben zurückzufinden. In der Zeit, wo er diese Story geschrieben hat, war Lovecraft auf einem sehr guten Weg und hat ins Leben zurückgefunden und hat auch auf einmal, obwohl er sonst eher so ein kontaktscheuer, isolierter Mensch war, auch Kontakte gepflegt. Und dadurch bekommt diese Story auch so eine andere Bindung, also gerade diese Vater-Sohn-Beziehung wird hier herausgearbeitet und es ist auch im originalen Buch jetzt weniger trocken geschrieben, also man hat hier, und das ist für Lovecraft-Verhältnisse was Besonderes, Interaktion mit anderen Menschen, die ja sonst immer rausgehalten wurden und ja, das Ding ist ein 357-seitiger Klopper. Man kriegt hier natürlich wieder schön auch epische Dinger geboten, die natürlich auch mit Cthulhu zu tun haben. Anscheinend hat der Band auch eine Auszeichnung bekommen im Jahr 2020 auf den Comic-Festival in Angulim. Angulim, ja. Lustig fand ich hier, dass man da in der deutschen Übersetzung einen leichten Schnutrigkeitsfehler gemacht hat oder vielleicht war es auch nicht möglich. Er findet dann alte Aufzeichnungen, die er geschrieben hat, als er besessen war und da sagt dann einer, oh, sie können aber hervorragendes Deutsch, aber wir in der deutschen Fassung kriegen halt ein Bild zu sehen, wo Japanisch drüber steht, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht ganz so gut transferiert worden. Es soll gut deutsch übersetzt sein, aber wir kriegen hier japanische Runen zu sehen auf einem Bild. Okay, japanische, also japanische Schriftzeichen halt. Ja, japanische Schriftzeichen eben, ja. Weil er hat in der Zeit, wo er von diesem Jid besessen war, halt einiges an der Menschheit erforscht hat, einige Archive durchforstet und hat dann anscheinend auch Arbeiten auf Deutsch, Latein und allen anderen Sprachen geschrieben und natürlich kommt hier auch dieses Necronomicon wieder zu tragen, also das ist auch so ein roter Faden, der sich durchzieht. Ich finde sogar, hier hat Lovecraft so eine der wenigen, mehr oder weniger direkten Fortsetzungen geschrieben, also im Prinzip kannst du das neben Berge des Wahnsinns stellen und hast hier einen schönen, ergänzenden, optimistischeren Part, der mehr Science-Fiction als Horror ist, auch wenn das im letzten Drittel ein bisschen mehr in Horror abdriftet. Ich hab hier mal eine Passage vorbereitet, wo dann quasi so dieser Wahnsinn geschildert wird. Also, urzeitliche und moderne Wahnvorstellungen stimmten überein in der Annahme, dass die Menschheit nur eine und vielleicht die geringste der hochentwickelten dominanten Rassen in der langen und weitgehend unerforschten Geschichte dieses Planeten sei. Wesen von unvorstellbarer Gestalt, so deuten sie an, hatten in den Himmelrang einen Türm erbaut und jedes Geheimnis der Natur enträtselt, bevor der erste amphibische Vorfahrt des Menschen vor drei Millionen Jahren aus der heißen See gekrochen war. Die Menschen sind da quasi die unterste Form, die irgendwo dann irgendwie in einen kosmischen Krieg geraten, den sie komplett unterlegen wären. Das wird hier auch wieder angedeutet. Spannend. Generell diese Reihe bei Karlsson, das sieht so toll aus, wenn ich durchklicke, du hast dir schon einiges vorgestellt und ich sehe hier online noch irgendwas von zwei Teilen. Hast du da jetzt den Sammelband eine Online-Fassung, da ist es in zwei Teile aufgesplittet, also das ist quasi so die iPad- oder Kindle-Version. Ja. Nee, dieser Band ist für knapp 22 Euro und das ist in sich abgeschlossen, aber das hatten wir auch bei Dingsberg des Wahnsinns, die Kindle-Version hatte auch vier Teile, das hat mich auch irritiert, wo es eigentlich nur so zwei dickere Bände sind und auch hier ist es wieder schön, dass die Längen, die die Bücher oder die Storys hatten, im Manga gut kompensiert wurden, also das ließ sich gut weg, ohne dass man großartige Längen spürt, eben durch die grafische Aufberatung auch. Haben wir wieder viele Monster, ist es wieder sehr weird alles? Natürlich, es driftet auch so ein bisschen ins Psychedelische ab, natürlich, aber ich finde gerade dieser menschliche Kern, der hier mal zu tragen kommt, das ist auch ungewöhnlich für Lovecraft und deswegen dachte ich, okay, da kann ich mal was anderes zu erzählen und deswegen habe ich mir diesen Band dann dazu rausgeholt, auch weil es nur wieder das Ende der Welt thematisch gut gepasst hat. Ja, gerade die von dir beschriebene Meta-Ebene, die man halt kennt und sieht, wenn man weiß, wie das Privatleben von Lovecraft ausgesehen hat, das finde ich schon irgendwie faszinierend und es ist natürlich eine Sache, die weiß man halt, wenn man wie du sich mit dem Autoren beschäftigt hat. Andi, du bist ja auch jetzt offensichtlich auf dem Karlsson-Manga-Trip, das wäre doch einer, oder? Ja, ich meine auch, wie du schon gesagt hast, diese Reihe an sich ist ja durchaus interessant, ich höre immer viel drüber, ich habe schon mal reingeguckt, ich habe glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich ja einen japanischen Band tatsächlich im Regal stehen habe, ich habe einfach bisher noch keinen gelesen und wenn ich mal einen in die Finger bekomme, Lovecraft finde ich auch gut aus, also spreche nichts dagegen für mich, das zu lesen, es war bisher nur einfach nicht Priorität bei mir. Dann lass doch am besten gleich mal mit deinem Comic weitermachen. Dann machen wir jetzt mal einen Schritt weg vom Manga und gehen wieder zum amerikanischen Comic und zwar mit der Reihe Adventure Man beziehungsweise dem ersten Sammelband Adventure Man Volume 1 mit dem Untertitel The End and Everything After, ist erschienen bei Image Comics 2020, die deutsche Ausgabe ist angekündigt, bei Splitter für Januar nächstes Jahr 2022 gezeichnet und Farbe ist von Terry Dodson, die Tusche ist von Rachel Dodson, geschrieben von Matt Fraction, Lettering von Clayton Cowles und das Design des Bandes von Leonardo O'Lea und den Designer habe ich extra mitgenannt, weil ich da auch noch drauf eingehen will. Das ist jetzt, wie gesagt, der Sammelband ist original erschienen in vier Heften, der Sammelband ist für USA untypisch erschienen im großformatigen Hardcover, also eigentlich wie ein europäisches Album, wie wir das kennen. Das heißt, wenn die Ausgabe bei Splitter erscheint, dann ist die quasi eins zu eins, so wie dieses amerikanische Sammelalbum. Die Hefte sind ja kleiner und auch in einem anderen Seitenverhältnis in Amerika, als dieses europäische Album. Terry Dodson hat aber vor der Reihe Adventure Man verschiedene Alben für den französischen Markt gemacht und hat da dann entsprechend auch in diesem Format gearbeitet. Und das war etwas, was er und Matt Fraction dann eben auch für ihre Adventure Man-Reihe übernehmen wollten, aber amerikanischer Markt, erstmal erscheint das Ding halt in vier Heften, im normalen US-Heftformat und dann im Sammelband in diesem Großformat, was aber auch bedeutet aufgrund der unterschiedlichen Seitenverhältnisse, dass man in den Heftformaten gar nicht die komplette Seite sehen konnte. Also die komplette Seite sieht man eigentlich erst in diesem Albumformat. Die haben das schon so gemacht, klar, dass man das beschneiden kann entsprechend, dass man, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie was verpassen würde in den Heften, aber man sieht dort eben weniger als in diesem Album. Es ist ein extrem schön gemachtes Album, aber erstmal zur Geschichte und zu den Figuren selbst. Der Name Adventure Man deutet es schon an, es ist ein Abenteuercomic, es ist eine sehr palpige Angelegenheit, also es bezieht sich so auf die klassischen Palp-Abenteurer der amerikanischen Literatur und der Kino-Serials, also sowas wie Doc Savage oder eben auch diese 30er-Jahre-Serials Flash Gordon, Buck Rogers, etc., die dann auch Indiana Jones beeinflusst haben zum Beispiel, die aber auch ja, einen guten Schwung an Kolonialismus, Sexismus, Rassismus, etc. mitbringen und Terry Dodson und Matt Fraction hatten es sich quasi zur Aufgabe gemacht, solche Geschichten jetzt zu erzählen, aber all diese Elemente dann nicht zu machen, sondern das eben in einem modernen und auch gerechten Gewand zu präsentieren. Das deutet sich dadurch zum Beispiel auch an, dass der Band oder die Reihe Adventure Man heißt, die eigentliche Protagonistin aber eine Frau ist. Die Geschichte funktioniert quasi auf zwei Ebenen, und man wird erstmal reingeworfen in die Geschichte in ein Abenteuer der Figur Adventure Man. Adventure Man ist so ein ganz klassischer, also wie erwähnt, so ein Pulp-Abenteurer aus den 30er, 40er Jahren, hat auch noch so diverse Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die auch alle so spannende Namen haben, zum Beispiel Jim Royale, The Gentleman, Chagall, Superpharmacologist, Science Witch, Akal, The Timeless One, Sally Sweet, Ace Aviatrix, Lonnie Langlois, Brawler of the Bowery und Phaedra Phantom, Ghostly Saint of the Burlesque. Also so ein Team zusammengestellt aus verschiedenen Männern und Frauen, die also ein Superhelden-Team bilden, aber eben in diesem 30er, 40er Jahre Stil. Wie man es zum Beispiel auch aus dem Rocketeer ja so ein bisschen kennt. Rocketeer bin ich auch großer Fan von. Dieses erste Heft, also die erste Heft-Ausgabe aus den USA war von der Seitenanzahl überformatlich, hatte 56 Seiten und die ersten 28 Seiten sind eben ein Ausschnitt aus so einem Abenteuer dieser Heldengruppe und dann quasi auf Seite 28 kriegt man mit, dass diese Geschichte aus einem Buch ist und da wechselt dann die Geschichte in die Jetzt-Zeit, wo die eigentliche Protagonistin Claire und ihr Sohn Tommy eben ein Buch lesen, eine Geschichte von Adventure Man. Also Adventure Man ist eine Buchreihe, eine alte Buchreihe, eine alte Pulp-Abenteuer-Buchreihe, die die zwei eben gerne lesen. Claire ist eine Buchhändlerin, sie hat, sie trägt Hörgeräte, also sie hat eine Hörbehinderung und alleinerziehend eben mit diesem Sohn und es kommt dann dazu, dass in ihrer Buchhandlung taucht eines Tages plötzlich eine Frau auf und die wiederum, und die gibt Claire auch ein Buch und diese Frau wird dann aber verfolgt von komischen Wesen in Trenchcoats, die aber eigentlich nicht so richtig menschlich wirken und da findet dann eine Vermischung statt und Claire als unsere Protagonistin findet dann raus, dass die Abenteuer von Adventure Man nicht einfach nur Pulp-Romane sind, sondern dass diese Figuren irgendwie tatsächlich existiert haben, dass diese Abenteuer tatsächlich irgendwie stattgefunden haben, die ganze spielt in New York, sie findet dann in New York auch dieses Hauptquartier, da gibt es dann so eine Szene, wo sie einen anderen Passanten anspricht und ihn fragt, sagen sie mal, ich komme hier schon seit Jahren vorbei, dieses Haus habe ich noch nie gesehen, kennen Sie dieses Haus? und sie sieht dieses Art-Deko-Gebäude aus den vielleicht 30er Jahren, der Passant sieht das aber nicht, der sieht da so ein abgefragtes New Yorker Haus von jetzt irgendwie. Also irgendwie ist da so eine Parallelwelt quasi, die Claire dann sehen kann und Claire wird dann reingezogen in diese Abenteuerwelt, wird dann selbst zu dieser Abenteurerin, sie kriegt dann auch plötzlich, ja sie wird dann plötzlich ganz groß und wird stark und so, also es ist jetzt nicht so superheldig mit Fliegen und solchen Superkräften, aber eben schon, also diese Gruppe um Adventure Man hat zum Beispiel so ein Serum, das sie trinken können, um dann da irgendwie besondere Kräfte für den Kampf zu kriegen oder so. Und das ist dann so diese Vermischung eben, dass diese 30er, 40er Jahre Pulp-Abenteuerwelt in das jetzt New York transferiert wird, da, der Band endet da auch so ein bisschen offen, also es wird fortgesetzt, das ist so auch hier wieder der Mignola-Vergleich, also es wird so in Miniserien quasi erzählt, also letztes Jahr sind eben, ich glaube, diese vier Hefte erschienen und dann der Sammelband und dieses Jahr werden dann die nächsten Hefte erscheinen und dann wieder ein Sammelband. Claire hat eine etwas größere Familie, also die Mutter ist verstorben, die Mutter war jüdisch und zu Ehren der Mutter macht die ganze Familie immer so ein Sabbat-Mittagessen, wo der Vater da ist und die ganzen Töchter, ich glaube, es sind insgesamt sieben Töchter, die alle adoptiert sind, die also auch aus unterschiedlichen Ländern kommen, unterschiedliche Eigenschaften quasi mitbringen, also eine Adoptionsfamilie. Da deutet sich schon so ein bisschen an, dass die vielleicht in Folgegeschichten dann auch so ein bisschen ein Team bilden könnten um Claire herum, also wenn Claire quasi so das Äquivalent zu Adventure Man ist, dass ihre Schwestern dann eventuell vielleicht eben auch die unterstützende Gruppe sein könnte, die Adventure Man eben auch hatte, aber so weit ist die Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber da gibt es diese Familiendynamik, das ist ganz spannend und eben auch diese Hörschädigung von Claire spielt damit eine Rolle, die dann, wenn sie bei diesen Dintern, wo so viele Leute alle quer durcheinander reden, keinen Bock hat, dann einfach ihre Hörgeräte ausmacht, um das alles nicht hören zu müssen. Mein Opa hat das früher auch immer gemacht. Und also von daher, ich mag ja solche Palp-Abenteuer-Geschichten immer sehr gerne, ich habe es gerade schon gesagt, Rocketeer ist auch so eine Figur, die mir in jungen Jahren irgendwie ans Herz gewachsen ist. Deswegen hat mich das hier auch so angesprochen, aber eben auch, dass es wirklich eine Modernisierung ist, dass es eben diesen ganzen Kolonialismus, Sexismus etc. eben aussparen will oder anders machen will oder auch karikieren will. Und dann ist es auch wieder grafisch einfach ein Genuss. Ich habe von Terry und Rachel Dodson wissentlich zumindest vorher noch nichts gelesen gehabt, kannte die Namen, aber habe mich nicht so richtig mit ihren Sachen bisher beschäftigt gehabt, haben halt auch teilweise in Superhelden gearbeitet, die ich nicht so viel lese. Aber in diesem Band hat mich die Kunst, die haben mich die Zeichnungen extrem überzeugt. Zum einen hier, was ich immer wieder betone, ein leicht cartooniger Stil, auch in den Gesichtern, also ein bisschen Trickfilm beeinflusst. Das sieht so nach klassischem Animationsfilm Disney etwas ein bisschen mit aus, dass da so ein Einfluss mit drin ist. Die Gestaltung der Seiten, auch was Soundwords angeht, der Einsatz davon sehr hervorragend, auch die Farbgebung. Also ich bin da total begeistert, gerade auch in diesem Großformat. Man wird in diese Abenteuergeschichten so richtig mit reingezogen. Die Figuren haben Emotionen in den Gesichtern. Also das ist ganz, ganz toll gemacht. Und dann, wie ich vorhin gesagt habe, eben das Design von Leonardo Olea. Dieser Sammelband ist eben auch wunderschön gestaltet. Es wird auch dieses Art-Decot-Design stark mitverarbeitet. Das Adventure-Man-Logo, das Olea designt hat, sieht auch schon so aus. Und dann ist das Ganze auch auf den ersten Seiten, bevor man dann eigentlich zur Geschichte kommt, so ein bisschen auch wie so ein Filmvorspann gestaltet. Die erste Seite ist dann so, Matt Fraction and Terry Dodson present Adventure Man, Volume 1, The End and Everything After. Und dann auf der nächsten Seite, Featuring Matt Fraction as the writer, Terry Dodson as the penciler and colorist, Rachel Dodson as the inker, Clayton Cowles as the letterist, Leonardo Olea as the designer, Lauren Sankovic and Turner Lobby as the editors, drawn and colored with Dotson Vision, Fraction Ink Production, Technik Rachel, Cole Stereo and Selected Comics, Design Comics Association of Olea. Dann eben auch so mit so Logos, wie man sie aus dem Filmabspann kennen würde. Also da ganz viel Liebe und Arbeit auch reingeflossen in diese wirklich grafische Gestaltung und Präsentation des Bandes über die eigentliche Geschichte und die gezeichneten Seiten hinaus. Und dann auch noch ein recht ausführlicher Bonus-Teil mit einem Nachwort, so die Origin-Story, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Dodson und Fraction diese Geschichte gemacht haben. Erklärungen zu den einzelnen Figuren. Also es ist schon ein längerer Text über mehrere Seiten, die man dazu bekommt. Und dann eben auch ganz viele Spitzenzeichnungen, Designzeichnungen, auch wie der Schriftzug Adventure Man, die Designentwürfe dafür. Also auch da wirklich ein tolles Bonus-Material. Da kriegt man viel mit. Also eine rundum gelungene Sache. Diese amerikanische Ausgabe kostet 25 Dollar. Wenn ich das auf Splitter jetzt richtig in Erinnerung hatte, ist das auch für 25 Euro angekündigt. Ich habe schon von verschiedenen Leuten gehört, dass sie da auch schon drauf warten, dass sie eben sich für die deutsche Ausgabe dann schon interessieren, wenn die nächstes Jahr rauskommt. Also auch das Ding hat mich extrem begeistert, war so genau mein Geschmack, sowohl grafisch als auch von der Geschichte her, von den Motiven und Ideen her für die Geschichte. Extrem begeistert. Adventure Man, auch hier von mir eine starke Empfehlung. Wie gesagt, sei es auf Englisch schon erhältlich oder dann eben auf Deutsch, wenn im Januar dann die deutsche Ausgabe rauskommt. Und ich gehe davon aus, dass dann auch entsprechend der zweite Band dann, sobald dann halt auch der amerikanische erschienen ist, vielleicht sogar nächstes Jahr dann auch schon folgen wird. Ja, gerade das Artwork, das kam mir irgendwie bekannt vor beim Klicken durch Leseprobe. Und du hast es ja schon gemeint, es sind verschiedene Superhelden-Serien gewesen, für die die beiden auch tätig gewesen sind. Also gerade Rachel Dodson und eben Terry Dodson, die da irgendwie, die sind verhalte, scheinbar. Das ist ein Ehepaar, ja, genau. Sie macht eben Tusche und er macht Fleisch. Also Card von Harley Quinn, das kennt man, man kennt auch Cover von Batwoman, äh, Quatsch, Catwoman, die die beiden gemacht haben. Also das sollte euch bekannt vorkommen. Ich habe auch kurz Zeit gedacht, bevor ich deren Namen jetzt zuordnen konnte, das wäre von diesem Parkett, wie der heißt, der auch Wonder Woman zum Beispiel zuletzt gemacht hat, Earth One. Da gibt es auch Parallelen, bilde ich mir ein, in der Optik. Also das ist schon ein schönes Ding. Ja, mit Yannick Parkett habe ich mich auch noch nicht genug beschäftigt. Ich habe zwar neulich auch so ein Video mit ihm angeschaut, aber seinen Stil habe ich jetzt noch nicht so verinnerlicht, dass ich da jetzt direkt die, die Assoktion haben kann, aber ich kann dir in dementsprechend auch nicht widersprechen. Richtig so. Ja, ich meine, bisschen Abenteuer, Breedsome, das wäre doch mal eine gelungene Abwechslung, oder? Ja, zweifellos. Terry Dodson war, glaube ich, das Erste, was ich von ihm gelesen habe, war Träume, Coraline. Das war so ziemlich einer der ersten Bände vom Splitter Verlag, als sie damals gekommen sind. Wurde das an mich herangetragen, dass das der heiße Shit war. Und ich habe sogar die Sammleredition mit so einer kleinen Figur von der Coraline da drin. Und ja, ich warte jetzt darauf, dass das so teuer auf Ebay wird, dass ich reich werde davon. Ah, cool. Damit du die Fuffis im Club werfen kannst. Patrick, du auch? Ich bin auch ziemlich interessiert. Und ich habe hier gerade noch eine interessante Parallele festgestellt. Also an Harley Quinn haben jetzt schon zwei E-Paare gearbeitet. Jimmy Palmjotty und Amanda Corner, die man vielleicht noch von Gav Ennis Superschlampen kennt. Die haben auch eine Zeit lang Harley Quinn betreut. Also Harley Quinn scheint auch anscheinend so eine Pärchenserie zu sein. Also wo Pärchen dran schreiben. Aber dieser Band, hätte es den jetzt schon auf Deutsch gegeben, ich hätte mir den direkt bestellt. Ich finde das Artwork cool. Ich finde die Idee dahinter cool, auch wenn das jetzt nichts ist, was es nicht schon ein Dutzend Mal war. Aber diese Art von Storytelling mag ich eben sehr. Und das ist was Schönes für einen schönen, sonnigen Tag. Also ich habe es mir vorgemerkt. Ja, mal schauen, wann Familie Finch bei Harley Quinn einsteigt. Genau. Ja, cool. Vielen Dank für die Empfehlung, Andi. Sehr gerne. Dann möchte ich abschließen mit den Comics zu Power Rangers, die es aktuell gibt und gab. Ich habe eine ganze Menge gelesen und ich habe das ja schon in der letzten Ausgabe auch mehrfach erwähnt. Seitdem die Vorbereitungen für die 100 liefen, bin ich halt dabei, ganz viel Power Ranger Kram zu konsumieren. Das sind eben insbesondere die Comics. Unzählige Videos. Ich stecke schon ziemlich drin gerade in der Lore, wo ich damals selbst nur diese ganz klassischen Mighty Morphin Power Rangers geguckt hatte und nachdem ich ja bereits in der letzten Folge so ein paar Ausführungen dazu gemacht habe und bevor ich jetzt auf die eigentlichen Comics zu sprechen komme, vielleicht an euch nochmal kurz die Frage weitergereicht. Vielleicht auch mal an dich, Breedstorm. Power Rangers, was weißt du denn davon noch? Was sind die Power Rangers? Was für Leute sind da so dabei? Was zeichnet die aus? Es ist keine Details, aber was weißt du auf die Schnelle zu den Power Rangers? Ja, das ist eine Gruppe von seltsamen Leuten mit so einem Latex-Fetisch, die Latex-Kostüme in unterschiedlichen Ausführungen anziehen und dann irgendwelche komischen Stellungen zusammen machen und dann werden sie eine riesige Latex-Fetisch-Stellung, wenn ich das richtig gesehen habe. Passt. Sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Die haben auch ganz viele Farben. Also Rot, Blau, Grün, Gelb hast du nicht gesehen. Und Pink. Und das sind Superhelden und die kämpfen gegen Monster und genau genommen ist es auch alles, was man wissen muss. Also wenn man den Latex-Respekt jetzt natürlich mal ausklammert, das sind halt Teenager in Superhelden-Kostümen, die von einem großen Wesen namens Sordon mit Energie versorgt werden, um dann halt gegen das Böse zu kämpfen. Das Böse dargestellt durch Rita Repulsa, einer Hexe auf dem Mond. Und das ist so ein bisschen das Ausgangssetting, das weiß man auch noch, wenn man damals in den 90ern vielleicht die Serie gesehen hat und letztlich brauchst du nicht sehr viel mehr Kenntnisse von den Power Rangers, wenn du jetzt mit den Serien Mighty Morphin Power Rangers und GoGo Power Rangers anfangen möchtest. Das sind übrigens zwei Serien, die aktuell schon wieder beendet sind. Da gab es ganz viele Ausgaben, auch bei Boom Studios. Und es geht jetzt weiter mit, ich glaube, nur Power Rangers heißt die eine neue Serie und die andere heißt, glaube ich, Mighty Morphin. Zusätzlich gab es auch während der alten Serien GoGo Power Rangers und Mighty Morphin Power Rangers, die ich jetzt hier vorstellen möchte, auch diverse Miniserien. Auch die stehen alle bei mir im Schrank. Und ich bin ja auch so ein kleiner Sparfuchs. Das heißt also, ich hatte mir irgendwann damals schon auf Deutsch die ersten zwei oder drei Trades, die es gab, geholt. Dann hat Panini leider die Reihe eingestellt und bei mir ist dann auch erst mal das irgendwie auf Eis gelegt worden. Dann gab es auch Comixology Sales, die habe ich genutzt. Dann habe ich bei eBay Kleinanzeige jemanden entdeckt, der quasi alle Trades verkauft hat. Auch da bin ich sehr günstig rangekommen, um dann halt eben aufzustocken auf das, was mir noch fehlte. Und jetzt gab es vor kurzem noch ein Humble Bundle, wo man wirklich für sehr wenig Geld quasi alles kriegen konnte, was es derzeit zu den Power Rangers gab und gibt. Und auch das habe ich mir noch geholt, weil noch Dinge dabei waren, die mir noch gefehlt haben und es war immer noch so günstig. Also ich bin jetzt vollkommen eingedeckt mit den beiden Power Ranger Serien und möchte jetzt hier auch natürlich gar nicht zu umfangreich in die Storys einsteigen. Die Hauptserie war die Mighty Morphin Power Ranger Serie. Die spielt ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo der sechste Ranger, der grüne Ranger, das ist der mit dieser goldenen Schutzplatte, mit diesem Schutzbrustpanzer zum Team gestoßen ist. Ganz frisch ist er quasi aus den Fängen Rita Repulsas befreit worden und kämpft jetzt zusammen mit den anderen Power Rangers gegen das Böse. Und das ist ganz cool, dabei gibt es dann halt eben auch diverse Antagonisten, die bekämpft werden müssen und relativ schnell kommt raus. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen, weil das so ein bisschen das ist, worauf es gerade bei mir hinausläuft. Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt circa zehn Trades bereits gelesen. Es gibt einen großen Antagonisten, Lord Dracon oder Dracon und das ist so ein bisschen eine alternative Version von Tommy, dem grünen Ranger aus einer Paralleldimension und er kann andere Power Rangers quasi ihre Kräfte berauben und sich selbst dann damit ja noch mehr Kraft aneignen. Das ist das, worum es langfristig bei der Hauptserie geht mit diversen Zwischenstabs und einzelnen Geschichten, die noch dazwischen liegen und hast du ja nicht gesehen. Und dann gibt es noch die Reihe Go Go Power Rangers, die wiederum spielt kurz nach dem allerersten Angriff der Hexe Rita Repulsar auf die Erde. Da gibt es den sechsten Ranger noch lange nicht. Die müssen sich erstmal jeweils ein bisschen kennenlernen. Die sind noch kein eingeschweißtes Team. Die müssen erstmal kennenlernen, wie man die Sorts überhaupt richtig benutzt und so. Und das sind die beiden Punkte, um die es ungefähr geht. Die zeitliche Einordnung. Also die Go Go Power Rangers spielt eben deutlich vor. Mighty Morphin Power Rangers, wobei es da glaube ich im Laufe der nächsten Trades auch wieder Überschneidung geben wird. Es gibt Crossover, die sich erklären lassen mit diesen Zeitsprüngen und Zeitgeschichten, Paralleldimensionen und das Ganze endet zumindest in meinem aktuellen Run irgendwann in dem Crossover Shattered Grid. Ich werde nicht zu weit ausfüllen, was das Morphin Grid und so weiter ist, nur darauf hinweisen, dass es schon so grob irgendwann auch Verknüpfungspunkte gibt, obwohl es verschiedene Zeitebenen sind. Und das ist halt, wenn man sich darauf einlässt, genau das, was man erwartet. Teenager, die Kräfte kriegen und so richtig aufs Fressbrett geben und ich muss sagen, das ist wirklich gut geschrieben, das ist unterhaltsam. Ich bin lange aus dem Power Ranger, generell aus dem Superhelden-Bereich eigentlich raus gewesen, finde eine gewisse Langeweile, wenn ich darüber nachdenke, mich jetzt wieder auf die, in meinem Fall, die C-Superhelden zu stürzen. Auch das wird wieder kommen. Hier steht mehr als genug rum, aber ich bin da gerade so ein bisschen eben überdrüssig des Ganzen, aber auf die Power Rangers hatte ich Bock und es insgesamt relativ erwachsen geschrieben. Es ist relativ glaubhaft und alltäglich zu lesen, wie diese einzelnen Protagonistinnen mit ihren Kräften umgehen, wie sind Liebesbeziehungen untereinander, unter welchem Druck steht zum Beispiel auch der rote Ranger, der zum Beispiel das Team ja anführt, wenn der Entscheidungen trifft, was für Konsequenzen hat das, was passiert, wenn Menschen sterben, auch wichtige Menschen in diesen Reihen sterben, wie wird mit Trauer umgegangen und so weiter. Das finde ich alles sehr gut und ich sag mal so, wenn dieser Teenager-Aspekt nicht wäre, wenn die nicht tatsächlich eigentlich erst sowas wie 16 wären und im Alltag Algebra an der Highschool lernen müssten, dann fände ich das Ganze noch ein ganzes Stück geiler und da habe ich Hoffnung auf die Folgeserien, die jetzt hier kommen, weil insgesamt ist es verhältnismäßig erwachsen, die müssen natürlich die Welt retten und zwar in einem epischen Ausmaß und dafür müssen sie quasi dann wirklich im großen Stil Verbündete finden und haben halt echte echte Probleme, so echt Probleme in so einem Comic natürlich sein können, da dann immer wieder zurückzukehren zur Highschool und dann muss da jemand nachsitzen und so, das steht finde ich in keinem Verhältnis zur Epicness, den die sonst so haben und das Ganze ist unter Federführung von Kyle Higgins, der führt natürlich die Hauptserie und ist hier Autor, dieser hat dabei immer wieder Unterstützung, unzähliger Zeichner, unter anderem hat in der letzten Ausgabe der Andi auch schon den Jonas Schaaf erwähnt, der als deutscher Künstler hier tätig gewesen ist in diesem Bereich, artworktechnisch ist es hier teilweise, es ist deutlich besser als natürlich diese Magazinserie, die ich in der letzten Ausgabe vorgestellt hatte, es ist über weite Strecken einfach ein guter, schöner Mainstream, es ist nicht sonderlich komplex, also das Artwork ist sehr deutlich meistens, man weiß ziemlich genau wo man ist und so und es gibt hin und wieder schöne Splash Pages, aber so im Großen und Ganzen ist hier, also das ist jetzt kein sonderlich abstraktes oder herausragendes Panel Design oder sowas, das erwarte ich aber auch nicht von dieser Serie, die mich wie gesagt gut unterhalten hat, die Story ist halt, die ist immer dann geil, wenn was überraschendes passiert, es sind eine Menge Cliffhanger drin am Ende von so einem Trade, wo dann wie gesagt wer tot ist oder irgendwer befreit sich aus einer Gefangenschaft oder oder oder, das ist alles ziemlich cool und so, dass ich echt immer weiterlesen will, ich habe immer irgendwie Bock dran zu bleiben und ich kann es kaum warten, nachher noch einen Kaffee zu trinken und dann wieder in den nächsten Ausgaben zu blättern, ganz oft gibt es dann eben auch so, ja wieder eine Menge Nostalgie Dinge, wenn dann plötzlich, keine Ahnung, wir kennen vielleicht noch aus der Serie damals, da gab es ja irgendwann nicht mehr den grünen Ranger, sondern den weißen Ranger und dieser weiße Ranger, der hatte halt ein Säbel, einen coolen weißen Mega-Säbel, mit dem er irgendwie auch Dinge machen konnte und am Ende dieses Säbels am quasi Schaft war ein kleiner Löwenkopf dran, dieser Löwenkopf konnte sprechen, es war letztlich eine Figur, mit der man interagieren konnte und das spoiler ich jetzt einfach mal knallhart, dieser Säbel tritt irgendwann auf, innerhalb schon der ersten Trades und das ist einfach cool, eine ganze Menge Dinge passieren hier, was ist zum Beispiel auch passiert auf dieser Welt, ich hatte von Lord Dragon einem großen Antagonisten gesprochen, der ja seine Welt, von der er kommt, bereits unterjocht hatte, wie ist es dazu gekommen, was ist mit den einzelnen Power Rangers passiert, was ist mit den Sords passiert und auch mit Sords, die wir aus der Hauptserie jetzt im Zeitpunkt noch gar nicht kennen, sondern die erst später in der Serie kommen werden, weil das halt so der chronologische Verlauf ist, all das fließt hier mit ein und macht mir wahnsinnig viel Spaß, ist äußerst unterhaltsam und ich bleibe auf jeden Fall am Ball, ich werde die beiden Hauptserien noch lesen, die ganzen Miniserien, die habe ich hier noch stehen, da ist da zum Beispiel auch eine Miniserie dabei mit Tommy Oliver, das ist der Schauspieler, der den, nee Quatsch, das ist der, Jason David Frank heißt der Schauspieler und die Figur heißt Tommy Oliver, der den Grün Ranger spielt, was ist dann mit diesen Figuren im Alter passiert, die sind ja nicht ewig 16, die kriegen irgendwann Kids und haben trotzdem noch eine Verbindung zur Power und so, darauf freue ich mich schon sehr, das irgendwann zu lesen, das macht mir Spaß und ich glaube, ohne wie gesagt jetzt zu sehr in die Storys reingegangen zu sein, damit vieles erwähnt zu haben, ja genau das vielleicht noch, wenn man so viel Platz und Zeit hat, über die Figuren zu sprechen, die in der Serie und sonst wo nie viel Background bekommen haben, dann nutzt das natürlich auch, unsere Autoren nutzen das auch, es gibt so, die heißen glaube ich Lost Chronicles heißen die Trades, da sind Kurzgeschichten zusammengefasst, da weiß ich nicht genau, wie die ursprünglich erschienen sind, ob das Filler waren oder sonst was, aber hier bekommen ganz viele Personen einfach Hintergrund, zum Beispiel, jetzt mal exemplarisch rausgegriffen, der Bösewicht Finster, Finster ist so ein kleines, ja so eine Art, ich möchte es mal im weitesten Sinne als eine Art Ziegenmonster bezeichnen, der für Rita Repulsa, die böse Hexe, aus einem besonderen magischen Leben diese Monster knetet, gegen die die Power Rangers regelmäßig kämpfen müssen, die Rita Repulsa macht diese Monster dann immer irgendwann groß, da kommst du zum Sortkampf, hast du nicht gesehen, aber es ist sehr interessant, wie finster dieser, wenn man, dieser Skulptur, wie der eigentlich zu dem geworden ist, der ist, warum macht er diese ganze Geschichte mit diesem, ja mit diesem Leben, warum macht der Monster, den er auch Charakterzüge und Fähigkeiten verleiht und das hat einen sehr düsteren Hintergrund, einen finsteren Hintergrund und ich muss sagen, das finde ich gut, das finde ich so als, ja irgendwie auch Fan, finde ich das total spannend und ohne mich jetzt noch mehr zu wiederholen, ich freue mich sehr auf alles, was da noch kommt, denn jetzt bin ich gerade, wie gesagt, bei Band 7, der Hauptserie fertig, insgesamt sind es glaube ich 15 und fange jetzt bald auch mit Band 3 von Gogo Power Rangers an und wir sind jetzt gerade an einem Zeitpunkt angekommen, wo auch andere Rangers, die wir aus den TV-Serien, die später kamen, vielleicht ganz grob kennen, da gibt es ja unzählige Staffeln, wie die plötzlich hier auch eine Rolle spielen, wie die mit reingebracht werden in unsere Handlung und das ist eben nicht annähernd so erschlagend geworden, wie ich es gedacht hatte, ganz im Gegenteil, das wird behutsam eingeführt, das macht mir Spaß. Ja, von mir aus also klare Empfehlung zu den beiden abgeschlossenen Reihen, Mighty Morphin Power Rangers, Goku Power Rangers, wenn ihr sie auch lest, sagt uns Bescheid, ich werde auf jeden Fall nochmal, zumindest via Social Media irgendwann mal, nochmal ein Gesamtfazit nochmal abgeben. Yo, das zu den Power Rangers, den Superhelden meiner Kindheit. Hast du eigentlich jemals einen Power Ranger Comic gelesen, Patrick? Ja, es ist halt ewig her. Da gibt es auch einen Crossover mit den Turtles, das habe ich auch in dem Humble Bundle gehabt und es gibt einen Crossover mit der Justice League, das ist aber eher so dünn, das würde ich nicht empfehlen. Das mit der Justice League, da habe ich damals deine Kritik gelesen, da warst du halt wirklich ernüchtert, ähnlich ernüchtert wie der Breedstomp bei dem Black Hammer Justice League Crossover. Aber ich finde, ich habe die Power Rangers deutlich stumpfer in Erinnerung, als du es jetzt gerade vorgetragen hast, weil das hier ist, auch wenn da diese alte Retro-Trash-Charme beibehalten wurde, komplexer, als man es von den Power Rangers das gewohnt ist, habe ich zumindest jetzt so das Gefühl. Die sehen auch nicht aus wie 16, also ich sah mit 16 nicht so durchtrainiert aus wie unsere Power Rangers hier. Gegensatz zu heute. Gegensatz zu heute. Das ist wirklich das Einzige, was mich immer wieder raushaut, so, hä, was, 16? Ach stimmt, die sind ja 16. Das weiß ich auch optisch, das sind für mich einfach, wenn die jetzt in ihren Mitte-20ern werden, ich würde das auch sofort glauben. Ja, das ist halt wie bei Mangas, wo dann gesagt wird, sie ist 16, dabei sieht sie aus schon wie so eine 20-Jährige, das ist auch so etwas, was mich rausreißt. Ich glaube, bei Manga ist es eher häufig andersrum, dass die 25 sind und aussehen wie die 14. Ja, genau. Also doch eher wie bei 21 Jump Street. Ja. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Freude damit, wie viel Freude der Andi mit den Power Rangers hat, also das war jetzt ein hervorragender Sales-Pitch, also deine Begeisterung ist auf jeden Fall rübergekommen. Ich habe super wenig Bührungspunkte mit den Power Rangers. Ich habe die Serie damals nie geschaut. Ich glaube, ich war im genau falschen Alter, also der jüngere Andi und der ältere Andi hätte damit vielleicht was anfangen können, aber genau zu der Zeit war ich, ich war wahrscheinlich gerade Teenager oder so, keine Ahnung, ich habe das mitbekommen, dass das läuft irgendwie so, weiß ich nicht, Samstag früh auf RTL oder irgendwie so und fand das komisch und habe es nie geguckt. Also das hat mich nicht gekriegt. Später dann, so aus der Rückschau, fand ich es dann viel interessanter, als ich mich dann auch mehr mit so japanischen Sachen auch beschäftigt habe und dann habe ich auch verstanden, was sie da machen und wo das herkommt, also auch wo die Tradition herkommt, diese Art von Geschichten so zu erzählen, wie sie da erzählt wurden und diese Figuren und das alles und das fand ich dann schon interessant, aber das war es dann auch schon wieder so weit weg, dass ich da jetzt nie irgendwie so den Einstieg gemacht habe. Ich habe da diesen neuen Film dann irgendwo mal angeschaut und fand den soweit auch unterhaltsam, aber ich habe, wie gesagt, von der Originalserie außer Ausschnitte nie irgendwas gesehen und aber wie ich dann mit dem Jonas Schaaf auch Kontakt bekommen habe und da ja auch wusste, dass der da, ich glaube, sechs Hefte oder so mal gezeichnet hat, habe ich über ihn auch mitbekommen, dass es eben gerade da bei den Comics so eine extrem involvierte Community auch gibt. Es hat wohl eine riesen Fanbase, die auch sich sehr stark austauscht und auch stark Meinung hat, wer jetzt gerade an diesen Comics-Serien arbeitet und ob das gut ist und ob das schlecht ist und so. Also es scheint eine sehr, sehr, sehr starke Kultur zu sein. Das finde ich auf jeden Fall als Außenstehender sehr interessant. So ist es. Man kann sich total drin verlieren. Das habe ich gemacht. Wie gesagt, gerade YouTube bietet viel tolle Interviews, viele super Kanäle, also Kanäle, die sich ausschließlich mit den Power Rangers beschäftigen. Das ist ja offizielle Lore. Ja, das ist offiziell das, was mit den Power Rangers gerade passiert. Das gehört ja inzwischen alles, glaube ich, wieder heimsahbar, nachdem es auch mal bei Disney war und so die Markenrechte. Also das ist schon toll. Aber ich vermute mal, Breedstorm, du wirst da jetzt nicht unbedingt reinschauen, oder? Puh, also mir geht es genauso, aber bei mir, wie dem anderen Andi, aber bei mir ist der Bezug zur japanischen Kultur nicht so hoch, dass ich das jetzt noch irgendwie nachträglich zu schätzen wüsste. Die einzige Chance, die bestehen würde, dass ich mir was von Power Rangers kaufe, ist wirklich, wenn der Jonas Scharf was reinzeichnen würde, dann würde ich mich breitschlagen lassen. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht lesen, weil ich habe das auch gesehen, da war ich schon zu alt zu und ich fand, die Sendung war einfach für mich in dem Alter einfach schon zu schlecht gemacht, schlecht synchronisiert, schlechte Effekte, komische Dinge, die passieren, das war zu dem Zeitpunkt nichts mehr für mich, wirklich. Wen das abschrecken sollte, dem kann ich die Comics auf jeden Fall empfehlen, denn trashig, richtig trashig, finde ich es nicht. Wer das halt schluckt mit den Monstern und mit den Swords und mit der Power, wer das so hinnehmen kann und ich denke, das kann jeder, der auch Superhelden-Comics aller Art liest, der könnte auch daran seinen Spaß finden. Prima, das waren unsere Reviews, unsere Comic-Besprechungen für den Monat Juni 2021 und es war wieder eine sehr schöne Runde. Auch diesmal würden wir uns wirklich sehr über Feedback freuen, auch wenn es diesmal kein Gewinnspiel gibt, leider. Kann es ja nicht immer geben, wobei ich immer noch meine Power Rangers-Magazine hier liegen habe, also wer möchte, kann sie gegen Porto einfach alle haben. Verschenke ich. Die gibt es noch und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Wir freuen uns auf euer Feedback auf den Social-Media-Plattformen. Ihr könnt uns, vorhin hat es der Breedzone kurz angeschnitten, es gibt auf iTunes die Möglichkeit, also, kein, es heißt jetzt Apple Podcasts, die Möglichkeit uns zu bewerten. Das wäre voll gut, damit der eine Nazi, der da was mal bewertet hat, da vielleicht auch als eben ein solcher alleine am Rand stehen gelassen wird, wie es sich für Nazis gehört. Und dann würde ich mich doch sehr freuen, wenn ihr vielleicht noch die Affiliate-Links nutzt, die wir auch immer in die Show Notes posten. Da gibt es also die Gelegenheit, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das Ganze in eurem Comicladen eures Vertrauens nachzukaufen, was wir hier besprochen haben, gibt es da generell noch die Möglichkeit, das auch zum Beispiel über Amazon zu machen und da über solche Links ein paar Cent an uns zukommen zu lassen. Das kostet euch keinen Cent mehr, aber wir kriegen was vom Umsatz ab. Ja, das war glaube ich soweit der Rundumschlag. Jungs, war eine gute Runde. Jo. Danke noch an den Dantes-Verlag. Für das Rezensionsexemplar, genau. Genau. Und ja, wirklich danke für das viele Feedback und auch das viele ausführliche Feedback, das wir bekommen haben. Kommt bei Telegram und bei Signal vorbei, ihr verpasst sonst was. Tschüss, Andi, tschüss Breedstorm, tschüss Patrick, bye bye. Ciao. Adieu. Dobro Nutz. La, 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 la. Go, go, go.